Wir haben uns hier versammelt, denn wir wissen genau, dass diese Welt uns nichts mehr Gutes bietet. Wir haben uns hier zusammen getroffen, da wir der Rest sind. Der Rest guten Keims der Menschheit. Denn der Filter der Zombie-Apokalypse hat die Besten ausgefiltert und wir stehen nun hier. Und geballt mit vereinten Kräften wollen wir uns einen Widerstand aufbauen. Einen Widerstand gegen all diese Hass und gegen all diese Qualen, die in dieser Welt noch übrig sind. Heute werden wir uns diese Festung erbauen und natürlich auch verteidigen, wie sich das Erfield nennt. Und mit geballter Brüderlichkeit werden wir diese verteidigen. Willkommen bei der Operation Die Festung. Seid ihr bereit, Männer? Männer, salutiert! Alles klar. Ja, Leute, herzlich willkommen zur nächsten Spezial-Episode. Mit Sergeant Leno hier vor uns, mit dem guten Curry mit Bronzebeard und natürlich dem Major und unserem guten Bufanda als Newbie. Wir haben heute eine heikle Mission. Leno ist schon zusammengefasst, der heute das Kommando übernimmt. Wir wollen uns im Erfield verschanzen. Wir wollen einen Prison unter die Kontrolle nehmen und in einer offensiven Aktion hier den Sieg holen und Geiseln festnehmen. Auch wenn ich nicht so gut getan bin mit meinem Rucksack. Aber ich denke mal, da drin wartet heißer Lut auf uns. Und ich bin gespannt, was für Pläne der Leno hat. Die Spezial-Folgen kommen einmal pro Woche. Der Curry ist natürlich auch dabei. Hallo, Curry. Und wenn euch diese Spezial-Folgen gefallen, also wenn ihr Interesse daran habt und ihr wollt noch eine Folge, macht doch einfach ein Like. Es gibt ja bereits eine Episode, die letzte Woche rauskam. Ansonsten gibt es nächste Woche Montag die nächste Spezial-Episode mit dieser Truppe hier. Heute etwas im Nahkampf bestückt und auch am Plan. Deswegen, wenn euch diese Idee gefällt, Daumen hoch. Und dann wissen wir, hey, die Jungs und die Mädels, die wollen noch mehr Adrenaline-Action hier. Dann würde mich das Ganze sehr freuen. Und ich hoffe, wir können jetzt diesmal lebend hier rausgehen, nachdem wir letztens ein bisschen leidsinnig waren. Und die Zombies sind natürlich auch hier zu Gange. Naja, gut. Dann Leno, dann beginn doch einfach mal mit der Operation. Ja. Wie wir ja schon zusammengefasst haben, sind wir gut bestückt in Nahkampf. Das heißt, heute werden wir ein bisschen mehr Assault-Action haben. Sprich, wir sind ein bisschen im Squad unterwegs, würde ich sagen. Wir machen ein großes und der Sniper verteilt sich. Weiß nicht, haben wir einen Long Range am Start? Ne, ne, nur PSCOP. Alles klar. Also ich muss auch nah bei euch bleiben. Genau, ich nehme natürlich den Major als stellvertretenden Berater an die Seite. Der hat das ja letztes Mal richtig gut gemacht, wie ich gesehen habe. Von daher haben wir ja ein gutes Squad beisammen. Ich denke, wir werden das gut meistern. Nur das Schwierige wird wahrscheinlich erstmal sein, uns einen Weg ins Erfil zu verschaffen. Wir stehen natürlich ein bisschen Käse hier, das muss ich zugeben. Aber wir werden das schon hinkriegen. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt so, dass der Bufan da ein bisschen so, ich will es nicht sagen, unser, ja, Kaninenscheat ist das jetzt vorrennt, aber ein bisschen. Ich sehe, Spieler. Oh, okay, wo? Spieler ist, ich kann ihn, boah, von hier aus kann ich ihn gar nicht mehr sehen, hinterm Baum sehe ich ihn jetzt nur noch. Er ist auf der Höhe des, der Hangar, wenn man ein bisschen runter geht. Also nicht ganz auf der Höhe der Hangar, sondern praktisch Richtung uns. Ja, dazwischen irgendwo. Okay. War der bewaffnet, kannst du was ausmachen? Nee, ich habe nur einen Punkt gesehen, der sich hinterher bewegt hat. War kein Zombie. Okay, fuck. Naja, gut. Also würde ich sagen, lassen wir mal ein bisschen den Bufan da. Wo ist er? Guck mal ein bisschen, am besten rennst du von Tannreihe zu Tannreihe und wir warten erstmal ab, geh mal von Tannreihe zu Tannreihe, behalten dich im Auge und bleib erstmal da vorne stehen. Wer ist das da hinten? Das ist der Major, glaube ich, der da hinten rechts lang rennt. Ja, unsere Jungs sind doch alle hier. Alles klar. Dann würde ich sagen, rücken wir jetzt vor. Ich würde sagen, ihr drei da drüben macht einen Squad. Wie beide? Machen wir das so? Wie du möchtest. Major, bist du noch da? Du hast das sagen. Ja, du hast das sagen. Alles klar, würde ich sagen, dass die drei da drüben das Squad bilden und der Major und ich machen hier das Squad. Das heißt, wir gehen jetzt rechts vom Bufan da in die Tannen und ihr oben an den blauen Container. Okay. Ja, ja, okay. Nochmal ganz kurz. Unser Ziel ist das Prison beim ATC. Da wollen wir rein. Das ist unser Prison. Das wird unsere Festung. So heißt ja auch die Folge hier. Dieser Spezialepisode. Ja. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, da relativ schnell reinzukommen. Da ist ein Spieler, der Richtung ATC läuft. Okay. Denn die meisten Spieler werden wahrscheinlich auch auf das ATC fixiert sein. Das heißt, wir müssen versuchen, da schnell reinzukommen. Denn viel Campen nützt uns hier wahrscheinlich dann nichts. Wir wollen ja auch kurz und knackig die Folge relativ kurz halten. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt und gehen los. Ich gehe jetzt mit dem Major vor und dann kommt ihr nach. Okay. Alles klar. Zu den kleinen Container da oben. Ich hoffe nur nicht, die Zombies machen uns hier einen Strich durch die Rechnung. Und wer danach kommt, wenn ihr da seid? Ja. Jetzt könnt ihr schauen. Los geht's. Alles klar, los Leute. Ja, die Operation beginnt somit jetzt. Der Spieler ist oben im Tower. Klar. Der kann uns aber nicht sehen, glaube ich. Darf ich schießen, damit er da bleibt? Angekommen. Nee, wir sind ja noch unsichtbar, oder? Ja, ich würde sagen, wir versuchen so lange unsichtbar zu bleiben, wie es geht. Praktisch wie Navy Seals hier, die aus dem Hintergrund angreifen. Also ich hätte jetzt Vollschussposition und der wird dann da eingekesselt, aber... Wenn du den erwischen könntest, dann versuch ich. Ja, dann lass unser Squad doch schon mal vorlaufen. Das würde ich auch vorschlagen, als wir erstmal da... Alles klar, machen wir das doch so. Okay, jetzt hab ich... Bufanda läuft am besten mit. Ja. Ich bin in der Tanne hinter den Hangars. Ich glaube, der Bufanda könnte unser Dolmetscher werden. Das wäre sogar noch besser. Der Bufanda könnte mit den Leuten reden, weil der ein Newbie ist und keine Gefahr ist. Genau, Bufanda, dann lauf du mal vor den Hangars lang zum ATC, sodass die denken nach dem Motto, der kommt von der anderen Seite, damit die ein bisschen abgelenkt sind. Da läuft einer, Vorsicht. Ja, das ist der Bufanda. Ja, der Bufanda läuft. Boah, okay. Alles klar. Und der Bufanda versucht immer mit den Leuten zu reden und wenn die nicht mit sich reden lassen, wissen wir dann Bescheid, da läuft ein weiterer Spieler. Der ist ein Zombie. Okay, okay. Dann wissen wir nämlich Bescheid, dass wir da selber härtere Maßnahmen anwenden müssen. Wir haben natürlich jetzt gar nicht gekontrolliert, ob wir noch Sniper oder so hocken, ne? Spätestens jetzt wärst du tot gewesen, nachdem du gerade über diese Fläche gerannt bist. Nee. Bufanda. Da haben wir wenigstens Schuss gehört oder sowas, genau. Es ist jetzt die Frage, wir können natürlich den großen Scan machen übers Airfield. Nee, nee, nee. Aber ich denke... Nee, nee, wir wollten jetzt Rush-Action und dann machen wir die auch. Wir wollen uns leider festsetzen. Ja, wir müssen das Prison so schnell wie möglich einnehmen. Das ist doch das Primärziel. Deswegen bin ich dafür, dass der Bufanda da ein bisschen Kontakt aufnimmt und guckt, ob da vielleicht einer im Prison sitzt. Weil wenn wir da rein rushen und direkt angesprayt werden, wären das nämlich auch nicht so ein Pralle. Friendly, Friendly, please don't shoot. Okay, der ist da. Machen wir das dann so, dass E3 dann das Gefängnis einnimmt? Ja, hast du vielleicht etwas zu essen für mich? Lennon, soll unser Squad dann schon mal vorrücken? Ja, rückt. Da kommt noch ein Zombie. Dann macht der Bronzebeer, der läuft dann vor. Also der ist freundlich, der junge Mann hier. Zombie. Alles geil. Alter, wo hat mein Typ denn? Ja, dann das Bronze und das Groß Squad rennt schon mal vor, dann in die nächste Tannenreihe. Okay, Start, kommt mit. Wir laufen dann über die lange Tannenreihe links beim ersten Prison und versuchen uns dann den Tower von der Seite zu nähern. Alles klar. Danke. Major und ich versuchen von der anderen Seite am besten ranzukommen. Ich bin auch hinter euch, Lennon. Wie bitte? Ich bin auch hinter euch. Alles klar. Dann machen wir so. Wenn es da sind wir. Oh, sorry, bin im roten Rucksack. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich hab dich gerade nicht verstanden. Alles super. Ich hab das roten Käppchen. Oh, wäre nett von dir. Komm mal mit Lennon. Alles klar. Wir rücken jetzt auch vor. Machen wir so, ihr nehmt das Gefängnis ein, wie ihr selber von draußen halt. Was da sich nähert. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Also, dass wir dann... Ihr meint aber das Gefängnis beim Tower, ne? Also, ich würde euch aussuchen, ja. Nicht, dass wir da uns jetzt falsch nehmen. Ja, der kommt jetzt raus. Das Tower Prison nehmen. Nein, das ist... Das Zentrale schon, ne? Irgendwie ist meine AKM in der Hand unsichtbar. Dann musst du die nochmal aufnehmen. Ja, ist ein Bug. Du kannst sonst nicht schießen. Also nochmal aufnehmen. Gewartet, wartet. Dann haben sie eine Hand. Einmal kurz rumgucken. Ich gucke mir eben rum, ob da irgendwas drin ist. Und dann können wir nämlich direkt dann hinter die Hangars verschwinden. Ja, ist alles leer soweit. Ist alles leer. Okay. Ich würde sagen, wir laufen dann weiter. Wartet. Ich bin vorne. Okay. Okay. Go, 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 go. Achtet auf euer Zeroing. Ein Zombie, ja. Ja. Kommt auf uns. Du. Mach ihn. Hast du ne Axt? Ja, sauber. Boah. Du bist am Tower? Ich bin am Tower, ja. Der Spieler ist gerade weggelaufen. Komm her. Also, das war auch am besten meine Richtung. Okay. In welche Richtung, kannst du das sagen? Nee, das habe ich jetzt nicht mehr mehr gekriegt. Ich glaube, er war aber links rum, hinterm Tower längs. Gut, go. Okay. Okay, sauber, sauber. Schnell die Bauten wieder raus. Und weiter, weiter. Dann bronzit. Wir stürmen jetzt weiter vor. Wir sind jetzt nicht zwischen den Hangars. Der kann bei euch in der Nähe sein, das Typ bei Mufang-Heads. Ich gehe einfach mal auf den Tower rauf und halt mal ausschauen nach ihm. Das ist ne gute Idee, dass Buffy dann so ne Art Scout macht. Und nur mal dazwischen, glaube ich, wenn ihr drin seid und da sind draußen Spieler, sagt ihr einfach, die sollen rein oder von draußen, wird auf den Spieler geschossen. Weil wir haben ja hier draußen alles im Blick. Ja. Also oben auf dem Tower ist Bufanda jetzt, ne? Richtig. Sauber, sauber. Wir kommen jetzt weiter rüber. Wir sehen euch. Zum Prison, dahinter mit den Hangars jetzt. Lennon, du hast nen PSO-Scope? Hinter den Hangars. Da kommen wir doch gerade her. Zum anderen Prison. Ja. Er hat euch direkt umlaufen eigentlich. Okay. Okay, Lennon, links rum. Alles klar. So, wir sind jetzt hier bei dem Zwischenhäuschen. Kurz checken, ob hier jemand sitzt. Leer. Ist leer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum Prison, oder nicht? Nee, nee, wir warten draußen. Wir wollen ja von draußen alles im Blick haben. Wir stürmen jetzt das Prison. Alles klar. Wir sind jetzt beim Tower. Wo bist du jetzt? Ich bin immer noch hier. Ah, da bist du, ja, okay. Weiter, weiter. Schuss auf den Spieler. Schuss auf den Spieler. Das bin ich. Das bin ich. Du musst das sagen. Aber hier wurde gerade trotzdem geschossen. Ja. Ihr geschossen? Ja. Nee, nee. Das war der SKS-Typ. Das war der SKS-Typ. Das war wahrscheinlich im Gefängnis hinten. Okay, Major, komm, wir rennen jetzt hier die Tandrei hoch. Die versuchen wir uns zu holen. Wir gehen schnell hier rein, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Denn wir müssen ja hier auch den Rücken frei halten von den Jungs. Kurze Deckung wahren. So, und Bufanda oder ich gehen jetzt vor. Und dann heißt es direkt der Sturm. Ja, ja. Alles klar, los. Go, Bufanda. Weiter, weiter, weiter. So, wir stürmen jetzt hier das Prison. Und unten ist frei. So, erstes Primärziel Prison. Warte, die Tür ist so. Ich gehe hoch, ich gehe hoch. Hinten ist keiner. Ich gehe weiter hoch. Tür ist so. Tür ist so, sehr nice. Wer ist das hier? Wer ist der Noob hier? Das ist Bufanda. Wo fahren wir da? Wir werden auf jeden Fall einen die Tür scouten lassen. Ja, mache ich. Das Prison ist leer. Curry checkt unten. Sehr gut. Aber hier wurde auf jeden Fall auf uns vorhin geschossen. Das heißt, hier ist irgendwo jemand, der natürlich auch gleich angreifen wird. Bin mir auch nicht sicher, ob es vielleicht nur Mosin war. Und der auf dem Sniper hier besitzt. Aber es hält sich eher nicht so an. Der wird dann warten. In der Major-Position? Wir sind in der Tannenreihe Hangarhöhe. Direkt hinter den Hangars. Genau. Und haben da alles im Blick. Also wenn da einer hinkommt, dann sehen wir ihn. Okay. Schlau wäre es natürlich gewesen, wenn Curry und Dings Lenno Scopes ausgetauscht hätten. Weil der Lenno hat gar keinen Scope hier, obwohl der mit mir so einen Halbsniper spielen will. Ich habe auch keinen Scope. Hattest du keinen PSO-Scope von mir? Nee, also auf der Waffe war keines drauf, aber ich habe noch eins in der Tasche drin. Nein, jetzt ist sowieso zu spät. Dennis hat aber noch einen PSO. Ich weiß nicht, ob er das sonst abgibt. Könnte gerne haben. Nee, jetzt ist ja zu spät. Das ist Quatsch. Ich würde dir sowieso vorschlagen, dass du das runter machst, Dennis. Habe ich schon. Das ist echt, okay. Okay, Jungs. Jetzt haben wir das Prison. Er ist das Primärziel erreicht. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier was passiert, liebe Leute. Ob wir jetzt hier eine stille Folge serviert bekommen oder ob wir jetzt gleich hier tatsächlich auch Besuch bekommen. Okay, Lenno. Machst du die linke Seite so? Hangar. Linkes Gefängnis. Ich mache hier die rechte Seite. Alles klar. Wenn man auf die Serverliste guckt, es sind viele Leute hier da. Ja. Und da passiert jetzt, kann sein, dass wir nachher auf jeden Fall hier Besuch kriegen. Das Ding ist, man spawnt jetzt immer in der Nähe dieses Airfields hier und das ist die Anlaufstelle Nummer 1. Ja. Jetzt ist die Frage, sobald die Tür aufgeht, wie reagieren wir? Schießen, reden. Weiß es nicht. Ich habe ich gehört Schritte rechts von mir. Ich bin mal nicht sicher. Ja, ich höre auch Schritte. Ich würde sagen, dass wir den Bufanda einfach mal als Schritte... Ja, da ist es. Spieler, der kommt jetzt rein. Okay, ruhig, ruhig, ruhig. Wenn die Tür aufmacht. Nein, nein, die kommen jetzt rein. Zwei Spieler. Sofort schießen, wenn der Tür aufmacht. Einer liegt links von dir, Curry, und der macht liegend die Tür jetzt auf. Liegend. Soll ich schießen. Eröffne das Feuer. Okay, ich habe geschossen. Ich hätte die erst reinkommen lassen, oder? Ja, der andere stand bestimmt davor, oder? Beide, beide schießen rein Richtung Tower. Ich hätte sie reinkommen lassen, Leute. Also, Jungs, wie gesagt, schießen, sobald die Tür aufgeht, und konsequent bleiben. Ja, ja, einfach weg. Ja, auf die dürfte ich schießen, weil die hatten nichts Gutes vor. Der hat sich hingelegt und wollte so in die Tür öffnen, damit der andere reinballert. Siehste? Achso, okay, dann hast du gut verteidigt. Aber wenn die jetzt reinkommen wollen würden, einfach so, dann nicht schießen und nicht verscheuchten. Aber die sind auf jeden Fall clever. Ja. Die wissen Bescheid, habe ich das Gefühl, in irgendeiner Weise. Ja, die haben wir schon gesehen. Deswegen war der auch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, kurze Frage, ist unten die Tür zu? Nicht der Haupteingang, sondern die Tür hinten. Nee, nee, nicht beim Tower, sondern beim Prison unten, für die untere Etage. Da kann man dann einfach hinten in den Raum. Ja, ist zu. Okay, also kann der Sniper da nicht durchschießen. Achso, das meinst du, okay. Der mit dem blauen Rucksack, stelle ich mal ganz in die Ecke, bitte. Bufanda, stelle ich mal ganz in die Ecke, ganz hinten. Weil wenn da jemand gleich durchglitscht, bist du der Erste, der es sieht. Okay, beide sind im Tower, beide sind, aber die zeigen sich nicht. Hast du sie im Auge? Nee, nee, die sind da reingelaufen. Hast du sie im Auge, wenn sie rauskommen, aber, ne? Ja, dann habe ich sie im Auge, ja. Ich habe jetzt die Vermutung, die wir denken, dass wir zuerst kommen. Ich habe leider halt ein P-U-Skontes wegen. Das waren Lennor und Major. Ja. Ja, theoretisch müssen der Major und der Sniper sein. Unsere Aufgabe ist es ja, das Teil hier zu verteidigen. Super wäre, wenn der Lennor noch ein paar Schritte runter... Okay, okay, der schießt vom Fenster raus hier, Lennor, der hat uns entdeckt. Der Schiss war ganz knapp. Positionswechsel. Links, links. Sollen wir uns aufteilen? Nee, der hat dich nicht gesehen, du kannst da bleiben. Aber zeig dir, der schießt auf mich, ja, ja. Ja, der schießt auf Major. Aber kein Problem, der hat mich nicht getroffen, der weiß aber, wo ich bin. Ganz ruhig, Major, du küsst das hin, du küsst das hin. Ja, ja, auf die wird geschossen, sobald die sich zeigen, ne? Ja, ja, machen wir. Feuer sofort eröffnen. Pass auf, Major, du rennst links rum, ich renne rechts rum. Wir müssen die irgendwie verwirren, weil... Ich brauche gleich unbedingt was zu trinken, Leute, sonst bin ich gleich... Geschichte. Sonst sind die nie überzahlt. Ich weiß ja, wie du aussiehst, Major. Ich sowieso mit meinem roten Barrett, ne? Jetzt hat der gar kein Schussfeld auf mich. Okay, der eine hat eine Mosin, glaube ich, weil das waren Einzelschüsse. Der andere war Nahkampfbewerfen. Ich geh von der AKM aus. Aber such den auf jeden Fall... Curry, zurück, komm, 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 komm. Ja, ich muss meine Dosen holen, sonst bin ich gleich tot. Achso, sorry. Ich dachte, das ist egal. Du hast ja die, du hast ja die Tür. Ja, aber allein hab ich keine Chance. Boah, jetzt ist sie wieder da. Übrigens, ein krasser DayZ-Bug, kann ich ganz gut sagen, wenn man versucht, seine Trommel an der AKM umzufärben, wird aus dem 70er Magazin ein 30er Magazin. Ganz genau, ja. Wird ja, bist du noch in der Tannenreihe? Oder auf Höhe Hangar, oder? Ja, klar, wenn jetzt die Tür aufgegangen wäre, wärst du tot. Ich muss leider, ich muss leider vorgehen. Ja, du hättest zur Seite gehen müssen. Leg mich hin. Vielleicht doch besser, wenn wir im Squad vorgehen. Die Frage ist, wollen wir uns jetzt begeben oder wollen wir jetzt abwarten? Ja, es ist halt die Frage, ob wir jetzt so ein mobiles Squad machen, das wirklich von Punkt zu Punkt ausschaltet oder ob wir irgendwo sitzen. Ich denke, fürs Video und für die Jungs drin ist es besser, wenn wir uns ein bisschen bewegen. Ja, ja, das sowieso. Aber dann sagen wir mal, wir gehen näher, ne? Ja. Aber das Sekundärziel lautet ja, dass er viel freizuhalten, also theoretisch müssen wir uns die irgendwie holen. Okay. Deswegen müssen wir hier mobil bleiben. Es wär doof, wenn wir jetzt das hier verlassen würden, das Gebäude. Schlau wär gewesen, wenn wir uns zurückgezogen hätten und zwar um die Ecke und die hier reinkommen lassen. Weil das Ding ist, wenn er sich an die Treppe hingelegt hätte, hätte er gesehen, ah, ist sauber. Verstehst du? Und dann wär er um die Ecke gekommen und hätten ihn vier Waffen angeguckt. Oh, das Problem wär, dann hätten wir ne Papp-Situation, weil dann hätte der die Tür geschlossen und wir hätten kein Schussfeld gehabt. Und dann hätten die da drinnen gelegen und die hätte die nicht rausbekommen. Und dann wär das dreines Aussitzen geworden. Okay, Leno, ähm, meinst du, Gefängnis ist leer hier vorne? Oh, da bin ich sehr skeptisch. Ich würd's nicht ausreizen. Okay, ich lauf einmal vor, du bleibst mal kurz. Also, der irgendwie Schussdeckung zu geben hier. Einer ist noch in die Richtung gelaufen, vielleicht war das auch noch ein Spieler mehr, ne? Das wissen wir nicht. Scheint leer zu sein, ja. Beide haben ein Hunting-Backpack und beide sind, äh, military-bekleidet, also. Oh, sie reden. Ruhig, 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 ruhig. Wo bist du, Major? Okay, ich schreibe auf. Was, Tanne? Hangar. Hinter. Kann nichts sagen, Leute, nichts sagen. Alle die Tür im Auge behalten, Jungs. Ja, ja. Sobald sich irgendwas regt, abschießen. Major, hast du, und Leno, habt ihr Blick auf die Tür vom Prison? Nee. Doch. Ja, ich bin hinter dem Hangar, ich hab blickt, ja, ja. Wir sind hinter dem Hangar. Okay, die sind in unserer Nähe, die versuchen mit, die haben irgendwelche Geräusche von sich gegeben. Wollen die reden? Nee, 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 das war einfach irgendwas. Wir wollen unsere Position zeigen und uns rauslocken, eventuell. Am besten gar nicht bewegen, Leute, also keinen Schritt machen, weil das hören die. Ich mach gar nichts, gar nichts. Einfach nur sitzen und zielen. Einfach Position halten. Übernehme ich, äh. Alter. Nicht aufs Hangar hauen. Ja, ich hab ne Mosinelle, ne? Äh, du musst mich ein bisschen covern, natürlich. Ja, ja, dann geh du mal hier vorne rein, ich versuch, äh, uns den Arsch freizuhalten. Ich will aber nicht lange hierbleiben, weil von, äh, der rechten Seite Schüsse fallen können. Na gut, dann lass uns mal innerhalb des Hangars bewegen. Also wie gesagt, die sind beide noch, äh, nee, innerhalb gehen wir nicht, wir gehen wieder, äh, zu unserer alten Position zurück. Ähm, die sind immer noch im Tower und trauen sich nicht daraus. Meinst du nicht, wir sollten... Du hast sie auch im Blick weiterhin, ne? Jetzt gerade nicht, aber... Ah, den Tower, du siehst, wenn sie rauskommen. Würde ich jetzt sagen, oder? Jetzt seh ich, jetzt seh ich die wieder, ja. Jetzt seh ich die wieder. Du siehst die Jungs? Ja, ne, ich seh, wenn die rauskommen würden. Ich hoffe, der, keiner hockt da oben. Weil ich rauch sehr frei rum. Okay, gib mir mal kurz, ich muss mal ganz kurz aus dem Spiel raustappen. Eine Sekunde. So. Also nochmal kurz zu dieser Mission. Wir wollten das, ähm, wir wollen auf jeden Fall ne Geisel nehmen. Oder uns einen Schuss, äh, hier eine kleine, eine kleine Partie liefern. Es kann sein, dass wir jetzt auch eine halbe Stunde lang hier sitzen und es passiert nichts, wovon ich absolut nicht ausgehe. Aber, ähm, wir wollten einfach mal zeigen, wie es ist, wenn man das Prison von innen drin bewacht. Und, ähm, wie das sein kann. Weil hinter jeder Tür kann jemand sitzen. Ja, und das habe ich ja in dieser Loot-Folge selber bemerkt, dass ich durch Berenzino gelaufen bin, die Tür aufgemacht habe und hatte eine Kugel im Kopf. Ich war ja in irgendeinem Haus. Und, ähm, das, die provozieren uns ja darüber ein bisschen. Die wissen, dass wir da sind, aber trauen sich aufgrund Mage Online noch nicht raus, weil die einen Schuss abgegeben haben. Also das ist ja eine kleine Zusammenfassung von dem, was bisher hier passiert ist. Und wir sitzen jetzt hier und warten. Das gehört zu DayZ auch dazu. Wir wollen euch nicht irgendwie geschnittene Sachen zeigen, sondern wirklich nur das, was hier in dem Game, wie man DayZ spielt und wie ein, wie das aussehen kann, wenn man hier zum Beispiel... Wie das aussehen kann, genau, das wollte ich auch mal. Ja, Fakt ist, DayZ ist ein Geduldsspiel und der mit der großen Geduld gewinnt natürlich. Aber hier ist alles offen. DayZ ist immer die Überraschung zu haben. Und eigentlich kann man sich auch mit der besten Taktik, genau, mit der besten Taktik der Welt kann man sich wahrscheinlich da nicht schützen. Wir müssen auf jeden Fall einfach die Augen und offen, äh, Augen offen halten. Ähm, Lennu, ähm, wir hatten ja gerade die Tönisch im Blick, ne? Ja. Gehst du davon aus, dass sie links rausrennen, vor den Hangers und einen Bogen um uns machen? Ich sitz da. Oder meinst du, die hocken da immer noch? Ich sitz da. Wir haben gerade noch mit uns gesprochen, Leute. Ich sitz linke Tannenreine am Feldweg. Bin ich stehen geblieben und sitz jetzt da an der Tanne. Falls sie links rausrennen und dich umkreisen wollen, bin ich am Start. Wir bräuchten jetzt unseren, ähm, unseren... Lockvogel. Ja, unseren, wie sag ich mal, Vermittler. Vermittler, genau. Willst du nicht mit denen sprechen? Ja, der Bufanda könnte die, äh, ein bisschen unter Druck setzen und sagen... Wir brauchen vorher den Rucksack ab und alles. Dass drei Sniper auf die gucken, ein bisschen blöffen. Ähm, und die die Chance haben, lebendig rauszukommen. Ansonsten stürmen wir den Laden, was wir nicht tun, aber nur ein bisschen in Angst und Schrecken versetzen. Genau, genau so muss man das machen, Dennis. Das ist richtig, ja. Unter Druck setzen. Kommst du vorbei? Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. Vielleicht sagen wir... Erstmal kurz im Plan, bevor du rausrennst, Bufanda. Und wir müssen die Tür auf, äh, Absprache aufmachen, nicht aufmachen. Mhm. Also passt auf. Der Bufanda setzt sie unter Druck, sagt, ja, Leute, ähm, wir geben euch ein Angebot und das Angebot lautet, entweder kommt ihr lebendig hier raus und ihr stellt euch, kommt ins Prison mit erhobenen Händen, mit Waffen weggelegt. Oder, ähm, ihr werdet von drei Snipern und drei anderen Nahkampfsoldaten ausgeschaltet. Aber das muss ja nicht der Fall sein. Genau, genau. Sagt, das wird einfach gestürmt und dann sind die nämlich in Panik und, äh, wenn die dann nicht reagieren, kommst du einfach wieder zu uns zurück und lässt die, lässt die einfach machen, weil der Major weiß dann ganz genau, der hat genau die Tür vom Tower im Blick und wenn dann da irgendwas passiert, weiß der, wie es abgeht. Ja? Ich hab übrigens Blick auf das andere Prison. Ja, wunderbar. Bufanda, du sagst einfach, ob die kooperieren wollen oder nicht, ja. Die sollen dann sich ergeben und einfach ohne irgendwelche Waffengewalt ins Prison kommen. Und du begleitest sie. Okay. Sag auch, dass du ein Newbie bist, ne, also. Ja. Sag auch, dass wir das Feuer helfen. Tür geht auf, Curry, komm zurück, komm zurück, Curry. Sag auch, dass wir das Feuer helfen. Sollen wir sie loslassen oder direkt wieder zumachen? Äh, Bufanda, versuch die Tür direkt wieder von außen zuzumachen. Sonst kann ich das auch einfach machen. Ja, geh, Bufanda, der Curry macht. Geh, geh einfach, geh einfach. Kann sein, dass sie direkt schießen, weil die, ähm, da ja unten hocken, ne. Die sind unten im Tower. Dann versuch nicht so, genau, von der Seite, genau. Ne, einer war grad oben, die Stimme kam von etwas höher. Okay. Sag, dass du Newbie bist, keine Waffen hast, aber wenn du... Okay, wir lassen mal ruhig, sonst verstehen wir den Weg gar nicht. Genau, wir lassen den Bufanda das jetzt machen. Also hier unten auf der Treppe ist keiner. Die sind aber da. Held dir mal einfach. Die sind auf der mittleren Treppe bestimmt wieder. Versuch, ne, versuch nicht da hoch zu laufen. Hallo, friendly. Hallo, are you there? Hallo, are you there? Noch meldet sich hier keiner. Ich hab's befürchtet, genau. Die machen genau das, was ich dir gesagt hab, Lendo. Die werden von, äh, von der linken Seite von uns ausgesehen kommen. Da sitz ich. Einem anarmt. Noch hab ich nichts. Das ist auf deutscher, du bist auch, glaub ich, ein deutscher Server. Okay. Also hier im Tower ist keiner. Bist du drin im Tower? Bist du oben? Also sind die weg. Ich bin oben, ja. Okay, entweder haben die sich ausgeloggt, aber das glaub ich nicht, weil der Server nicht leerer geworden ist. Im Gegenteil. Vor allem, ich mach die Tür auf, so kommst du wieder rein, ja? Jupp. Jetzt ist die Frage, Leute. Jetzt ist, jetzt ist pures Risiko. Ob die auf dem Weg zum... Siehst du mich hier auf dem freien Feld, links von dir, irgendwo da? Rechts von dir natürlich. Guck mal einfach nach hinten, wo wir grad eben standen. Genau da, ich lauf hier rum, weil wir werden die Position wechseln und ich muss jetzt mich kurz zeigen, ne? Okay, jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Jetzt, äh, jetzt ist alles offen. Wir wissen nicht, wo die sind, ob die, was die vorhaben, ob die den Major und den Lendo töten wollen oder ob die jetzt gleich zum Prison stürmen, man weiß es nicht. Also, es kann alles passieren und hier sind mehr Leute auf dem Server rejoinend. Vielleicht sind das Freunde von denen, man weiß es nicht. Vielleicht sind es einfach fremde Spieler, die auch hier rein wollen. Es kann jetzt alles passieren, liebe Leute hier. Deswegen... Das ist auf jeden Fall voll. Nur damit das für alle hier im Prison klar ist, wir schießen, wenn jemand die Tür aufmacht und wir sehen, ja? Wenn einer von euch draußen reinkommen will, bitte unbedingt vorher ankündigen. Auf die Gästeliste schreiben, sonst seid ihr auf der Gästeliste zum Jenseits. Diese Stille einfach. Ich bin am blauen Trailer. Schneller, schneller, komm, du kannst kommen. Ah, ich seh dich doch, ja. Habt ihr so ein Blick, ein bisschen was auf dem Airfield? Könnt ihr was sehen? Also, ich guck gerade mal durch die Tür hinten durch. Auch wenn der Verdacht besteht, schick den Bufanda ruhig ans Fenster. Du kannst auch da hinkriechen, Bufanda, ne? Du kannst ja auch gleich mal die Zepfe hochziehen, dann siehst du ein bisschen mehr. Ich würd sagen, ne? Waffe weg. Ich würd sagen, wir rennen jetzt mit ohne Waffe hoch aufs Sniperberg. Ne, 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 da rennen wir nicht hin, aber dann haben wir die Tür ja nicht mehr im Blick. Danke. Gut. Das sah allerdings auch recht. Was ist das? Ist ein Zombie? Ja, ist ein Zombie da. Der bemerkt uns noch nicht. Das wird auch Zeit, dass da mal die Range ein bisschen gedrostelt wird. Na ja, sie haben ja schon gesagt, dass sie gerade an der KI arbeiten, also hoffe ich mal, dass in absehbarer Zeit das auch alles besser laufen wird mit den Zombies. 23 Leute hat der Dean Hall extra eingestellt. Will ich normalerweise bei mir zum Putzen ein? Ha! Wir warten und warten auf die Gegner. Das hättest du wohl gern. Kommt heute noch einer? Braucht ich das leider in Aussitzen? Schreibt doch mal in die Kommentare, liebe Leute, wie ihr unser Vorgehen findet. Ob ihr sagt, ja, das ist dreist. Wir wollen ja eigentlich niemanden töten. Wir wollen eigentlich mit Leuten verhandeln und die jetzt geil sind tatsächlich nehmen. Und den einfach nur ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen unter Psycho-Stress setzen. Ja, ein bisschen stressen, ein bisschen nervös machen und dann wieder laufen lassen. Aber wenn die jetzt hier reingerushed kommen, dann müssen wir natürlich sofort angreifen. Und der Curry, der, ah, der Curry ist dafür bekannt. Dass er gern mal den Abzug ein bisschen schneller drückt, als er an die soll. Hat einen nervösen Finger. Ne, der gute Curry? Hab ich ja. Hat auch auszusehen seine Oma damals im Vietnamkrieg. Ich schieße sogar manchmal, wenn ich nicht soll. Ja. Dazu muss man auch sagen, dass das ja hier die Actionfolgen sind und relative Ausnahmefolgen. Im Gegensatz wahrscheinlich zu einem normalen Let's Play. Beziehungsweise wir machen ja auch Daisyfolgen, wo wir versuchen relativ friendly zu spielen. Aber diese Actionfolgen sind ja quasi ausgenommen. Genau, der Lando, der Bronzebeard und auch der Bufanda, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, ob der Major auch aufnimmt. Ne, ne, ich mach, ich hab keine Aufnahme, gar nichts. Die Jungs, die nehmen auch auf. Die posten das auch hier in die Kommentare einfach unter dem Video. Da könnt ihr die Links, die Channels finden. Da könnt ihr es auch aus deren Sicht sehen. Der Curry natürlich auch am Start. Bei mir steht das auch alles in der Beschreibung nochmal. Bei mir hoffentlich auch, wenn ich das nicht wieder vergesse. Ich alter Schussel. Ja, auf jeden Fall ist ja Fakt in dieser Mission, dass wir das Airfield eingenommen haben. Und eigentlich müssen wir es auch frei halten. Wir wollen es natürlich auch behalten, genau. Ja, das heißt, die zweite Primärmission lautet, das Airfield zu halten. Und deswegen müssen wir gleich gucken, wenn wir sie dann nicht rausbekommen, mit irgendwelchen Friendly-Aktionen oder sonst irgendwas, überlegen wir, wie wir weiter vorgehen. Der nächste Schritt wäre vielleicht, dass wir zwei weitere, also den Bronzebeard und den Bufanda, das andere Prism platzieren und dass wir dann zwei halten. Ist natürlich dann ein bisschen komplizierter alles. Da ist dann wieder das Problem, dass wir dann, ich weiß ja nicht, ob der Leno und der Major dann auf beide Einsicht haben. Ja, hatten sie gerade auch. Nee, das wird ziemlich schwer, es sei denn, wir teilen uns auf und einer macht das rechte Gefängnis und einer linke. Das wäre dann wieder gefährlich, finde ich. Ich habe eine Mosi nur, ne? Ja, ich bin überlegen, ob wir nicht gerade den Bufanda mal ein bisschen rumlaufen lassen sollen auf dem Airfield. Eigentlich kann er ja so rüberrennen, so einfach. Genau, weil bei euch bringt ja nicht viel da drin. Schauen, was passiert. Okay, Bufanda, dann machen wir den Lockvogel, mein Guter. Ich falle mit dem Lockkotz eine Dose, tun Fisch rein. Aber mach das dann ruhig mit Backpack und alles, damit du nicht aussiehst wie nur... Ja, das soll nämlich nicht auffallen. Genau, und zwar, wenn du jetzt als Newbie langläufst, wissen wir gleich, dass du einen Lockvogel spielen sollst. Weil ich so offensichtlich übers Rollfeld oder so, das wäre nämlich... Ja, kannst du ja auch versuchen, dich da so ein bisschen langzuschleichen, ein bisschen Stealth-Action. Weise deine schauspielerischen Fähigkeiten. So, schreibt mal jetzt in die Kommentare. Okay. Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig, Leute. Wir lassen nur den Lando und den Dings reden. Alles klar. Ich hab dich im Auge. Ich hab ihn getroffen. Tschüss. Der sollte tot sein. Das sind wir. Oder? Die schießen, vorsichtig, da schießen die noch welche. Ich weiß es nicht. Aus welche Richtung? Wir sind da in der Tanne. Ich seh da eine in der Tanne, auf euch zu laufen. Das sind wir, glaub ich. Also einer ist getroffen, hat die Beine gebrochen. Keine Angst, der kann sich nicht frei bewegen. Die haben genau das gemacht, was ich gesagt hab. Das war so klar. Ein weiterer lebt noch. Positionswechsel, Major. Wir müssen hier weg. Ja, ja, ich renn hier rum. Worum? Ich kann dir jetzt schlecht sagen, wo ich bin. Ich bin einfach ein bisschen weiter links gerannt. In die Tannen. Kurze Frage, habt ihr den ernst getötet? Nee, 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 nee. Also ich hab den getroffen, der hat OO gesagt, aber ich weiß jetzt nicht, ob der tot ist, ne? Okay, nicht. Er hat wahrscheinlich die Beine geboren, weil ich hab direkt auf die Beine geschossen. Ja, aber dann lebt er vielleicht noch und ihr wisst, was das bedeutet. Und die AKM-Schüsse waren ja von ihm, ne? Ich seh einen. Das bist du, glaub ich. Nein, das bist du. Du weißt doch grad, wo ich drauf zulaufe. Oh, der ist direkt hier, liegt hier irgendwo, in der Tanne. Wie fuck denn was? Und der hat ne AKM, der hat ne AKM, was soll ich denn jetzt mit einer Mosi machen? Du musst dich irgendwie da... Ja, der ist vor mir, der ist vor mir. Schüsse. Oh, der hat mir Beine gebrochen, ey, nee. Ich hab mir gedacht, das bist du, Len. Ich hab mein rotes Barrett auf. Der ist vor mir, du musst mich jetzt irgendwie covern. Sollen wir mal einfach aus dem Prison rausschießen, zur Sicherheit? Dass die abgelegt sind und wegrennen? Dann schieß sie auf die Tanne einfach. Ja. Das sind zwei Leute, ich kann mit einer Mosi nichts machen. Ja, schießt ruhig mal. Die ist hier draußen. Ich sieh die nicht. Ja, ich werd sterben. Der ist von ankanntschissen. Zwei Spieler. Und ich hatte keinen Schuss mehr. Leider. Tür schließen, Tür schließen. Okay, ich bin da raus. Verdammt. Okay, wir haben Major verloren. Verdammt! Ja, äh, leider, der stand wieder vor mir. Ich hatte aber mit der Mosi nur fünf Schüsse. Und, ähm, das sind zwei Leute, Leno. Einer liegt, hat Beine gebrochen und einer ist am Stehen. Ich müsste sie erwischt haben. Wo genau ist die Position, wenn wir jetzt aus dem Prison rausschicken? Okay, wenn du aus dem Prison rauss... Ach, das war so klar. Da drüben, da drüben bei dem Tannenlader. Schuss. So die Richtung. Hat einer von euch gerade geschossen? Nein, das war der Typ. Okay. Der ist da immer noch in der Tanne. Ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben. Kurze Frage, wie weit entfernt vom Prison sind die? Ähm, 200 Meter. Okay, okay. Ungefähr, ja. Also hier, wenn wir rausgucken, dann die linke Tannerei. Das ist ja, ja, genau. Ne, ich frage nur, um zu gucken, ob wir die vielleicht von hier an, äh, ob wir den, den Leno ein bisschen hätten covern können. Ja. Ach, das war so bitter, ey. Wir wissen ja leider nicht, wir wissen ja leider nicht genau, wo der Leno sich auffällt. Das ist ja, ich bin genau in der Tanne, wo die sind, ich hab den erwischt. Leno, wenn du hinter der Tür im Prison sitzen würdest, im Prison, und du guckst auf die Tür, wie viel Uhr wärst du? Ja, links weiter. 15 Uhr, fast. Ah, ich bin tot, verdammt. Auf 12 Uhr direkt. Dann bist du ja, ja, 11 Uhr, ja, man, die hab ich erwischt. Okay, Leno ist auch die Richtung, so die Richtung. Ja, der ist alleine, ich hab nur noch einen mitgenommen. Okay, die werden wahrscheinlich, vielleicht kommen sie hier hoch. Das heißt, die hintere Tanne-Reihe, fast an der Straße, ne? Nein. Hier, die, nicht 12 Uhr. 11 ungefähr, links. 11 Uhr. Also ein bisschen links, ne, ein bisschen, ja. Ähm, Pufanda, Pufanda. Ne, wir sind zu viert, oder? Wir haben den Bronzer ja noch, ne? Ja, ja, ich bin hier grad am Fenster. Okay, pass auf, der Bronzer legt sich jetzt unten hin, im Gefängnis unten. Also da würde ich auch die Tür zu machen, weil wenn einer da gleich reingerushed kommt, kann der den rausknallen. Ne, 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 ich würde da reingehen und mich da hinlegen. Und dann Richtung, einfach auf den Gang blicken. Weil wenn dann die Tür aufgeht und da kommt jemand reingerannt, falls es einem von uns erwischt. Kann man durch das Gitter schießen? Warte, ich, ja, ich denk mal schon. Das war so. Verdammt, ey. So, und, ähm, Pufanda, hast du ne Waffe? Ich hab nur eine Amphibia mit einem Schuss drin. Scheiße. Okay, du müsstest den Lockvogel, du müsstest den Typen zu uns hinlocken. Also beide sind angeschlagen, Leute, ne? Beide wollen, okay, super. Einen hab ich erwischt, der lag da neben dem Zombie, neben der Zombie-Leiche. Also einer ist tot. Einer dürfte tot sein, ich hoffe nicht, dass er den geräumt hat. Der andere hat die Beine gebrochen, ne? Ich weiß nicht, ob das der war. Einer hat definitiv Beine gebrochen gehabt, einer hat mich aber stehend getötet. Den, den ich gekillt hab, der hat gehockt. Ich weiß aber nicht, ob der das jetzt war. Der hat auf jeden Fall den Zombie gekillt gehabt. Wo seid ihr respawnt? Dolina, das heißt am Arsch der Welt. Ich müsste mich nochmal töten jetzt. Da ist Daisy leider abgestürzt. Okay, okay, okay. Das sind übliche Probleme. Curry, ey, hör mal, jetzt bist du verrückt. Ich kann böse mal runterlaufen. Ich muss. Geh aber zur Seite lieber nächstes Mal, sonst bist du tot. Bufanda kann vielleicht am besten mal einfach aus dem Prison rauslaufen und dann das machen, was wir eben schon gesagt haben. Okay, ich geh aber erst weg. Nicht, dass die auf die Tür gucken und uns dann sehen hier. Ja, ja. Okay, der Major müsste die Tür dann hinter sich zumachen. Major, kriegst du das hin? Äh, Entschuldigung, nicht Major. Bufanda, ja. Komm Curry, komm mal hier rüber. Also die werden jetzt euch, äh, oder uns looten. Ja, das Ding war, Leno, du hättest da früher reinschießen müssen. Du hast viel zu lange gewartet. Ja, ist egal, was, 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 hätte, hätte Fahrradkette kommen, Leute. Ist jetzt passiert, ist jetzt passiert. Ich hab nur Schatten gesehen, sonst hätt ich dich auch erledigt. Ist Bufanda raus? Ja, war ein bisschen... Ja, 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 ja. Okay, dann Bufanda, mach mal Lagebericht. Oh, ich bin hier mit einem. Du das? Nee, nee. Pst, die soll nicht konzentrieren. Okay. Und dann noch seh ich keinen hier. Merkwürdig. So bitter mit der Mosin, ey, nur 5 Schuss. Ansonsten wagt es nicht. Äh, sonst bleibt am besten drin. Weil wir wollen es erhalten. Dass wir jetzt tot sind, ist jetzt nicht so schlimm, sag ich mal. Es geht ja primär darum, das zu halten. Problem war nur, diese waren auch in der Überzahl. Ich meine, da war ein Dritter dabei. Äh, stimmt zwar. Aber irgendwie gefällt mir das nicht, hier die ganze Zeit nur im Prison zu hocken und zu warten. Das stimmt. Ich... Wir hätten vielleicht auch ein Dreier-Team draußen machen sollen. Aber da es jetzt schnell war, mussten wir irgendwie eine Lösung finden. Äh, ich würde vielleicht vorschlagen, ob wir vielleicht dann sonst nochmal vorrücken und ausrücken, äh, um das andere Prison zu sichern. Und vielleicht können wir ja unterwegs dann irgendwie noch, äh, versuchen auf Feindkontakt zu stoßen, beziehungsweise... ...körre ich hier mal kurz hoch, um zu gucken aus dem Fenster. Nee, haltet lieber, weil wenn ihr überrascht werdet, seid ihr im Nachteil. Ich würde sagen, ähm, ihr versucht wirklich jetzt zu halten. Wen bin ich so sicher auch, wenn... Momentan finde ich noch keinen hier. Ähm, du bist in der richtigen Richtung. Du bist doch schon in den Tannen, oder wo? Äh, ja. Okay. Hast du denn unsere Leichen gefunden? Ähm, wo waren da die, ähm... Ich sag dir mal so, äh... Oh, bist du? Tot. Oh, Bradley. Direkt hinter mir. Das war links von uns, ne? Direkt hinter mir, mitten im Wald. Links von uns, ne, da waren die. Ja, also, also auf 11 Uhr, wo du gesagt hast, in dieser Tannenreihe, ne? Also, da, da gibt's ja diese Einzeltannen und dahinter ist dann noch so ein Stück Wald. Ja, ja, genau. Da in dem Wald ist er, da waren die Major und der Leno, also die Leichen lagen da noch. Mhm. Okay, ich bin oben am Fenster, ich hab genau einen Blick da drauf. Aber nicht schießen jetzt, ne? Nee, 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 ich guck, ich guck, äh, ich kann da gar nicht hinschießen. Ja, wenn wir Besuch kriegen, seh ich's, Curry. Bin übrigens in Berenzino. Okay, dann marschier dich direkt mal. Ja, du siehst auf jeden Fall, wenn die da rausgehen aus der Reihe, aus der Baum. Schuss. Schuss. Auf was haben sie jetzt geschossen? Achtung, wovon da einen Gnadenschuss verpasst, wahrscheinlich. Ich war tot. Verlasst euch nicht darauf, dass die jetzt da sind. Der wird wahrscheinlich ein zweiter oder dritter dann noch rumrennen. Ja, ich hab die, falls die hier reinkommen, sind die weg. Nee, das sind definitiv zwei Leute, definitiv. Ich hab einen erwischt, ob der jetzt gestorben ist. Ja, ich hab auch einen erwischt, ich hab auch einen erwischt, aber, ähm, keine Ahnung, der andere hat mich auch dann irgendwie geholt. Ah, okay, ich seh, ich seh, ich seh sie. Ich seh, ich seh einen, oder ist das ein Zombie? Nee, es ist ein Spieler, der läuft jetzt wieder in die Tannreihe. Okay, ist eine Tannreihe wieder drin. Ja. Der ist grad vor der Tannreihe hin und her gelaufen, der wollte wahrscheinlich gucken, ob wir schießen. Ja, ja, klar. Aber keine Reaktion, Leute. Keine Reaktion, Leute. Nichts machen. Dennis, benutzt du einen PSO-Scope, wenn du, ähm... Nee, ich kann sie ganz gut sehen. Ich hab externe Ansicht und ich hab mich in der Ecke gehockt und drehe die Kamera gerade. Okay. Ich lebe praktisch aus dem Fenster. Alle, die einen Range-Scope haben, am besten draufschrauben. Beziehungsweise, außer der Curry, der da in den Eingang bewacht. Aber man kann dich nicht am Fenster sehen, ne? Nee, 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 nee. Hab ich doch. Ich hab auch drauf geachtet, ob ich nicht rausglitsche oder so. Ja. Curry, du hast immer noch den Eingang in Sicht. Ja, ja. Hab mich jetzt mal hingelegt. Ja. Also ich lieg hier auch immer noch hinter dem, äh, Gefängnisgitter. Ja. Ich hab auch, wenn sie hier rein wollen, sie wissen ja, die haben wahrscheinlich die Vermutung, dass wir hier drin sind, oder dass sie dann wieder die Tür öffnen, wie sie es vorhatten. Bei uns geht immer auf meine, äh, Position von Fein. Ist besser. Solange ich bin, solange ich hier oben bin und Ausguck halte. Ja, okay. Im Gefängnis ist das natürlich sowieso immer so fragwürdig, ob die dann nicht von draußen noch reingucken können und direkt sehen, ob da jemand liegt oder nicht. Ja, das ist halt die Tücke am Halten des Gefängnisses. Äh. Ah, ich sehe ihn wieder. Okay, er läuft wieder zickzack. Er läuft zickzack vor der Tanne, das ist ja genau das, was wir wollten. Keine einfache Mission, aber wir geben alles. Das Problem war, dass ich mit der Mosin da am Hocken war, weißt du, ich hab mit der Mosin da eigentlich nichts verloren. Ja. Der steht genau zwischen der Tannenreihe. Ist das jetzt nur noch einer oder siehst du da jetzt nur noch zwei rumlaufen? Er läuft immer nie durch die Tannenreihe. Ah, da ist jetzt, ich weiß nicht, ob das ein einer oder zwei ist. Auf jeden Fall, du hast doch das Scope, tu das mal drauf. Ne, wenn ich mich jetzt hinstelle, sehen die mich. Ja, außerdem kannst du mit dem Scope ja auch nicht rausgucken, oder? Ne. Also dann musst du mich dazu hinstellen. Also ich stelle mich mal unten in die Zelle, da kann ich ja auch rübergucken. Also wenn das noch zwei sind, wäre das eine Überraschung, da müsste nur noch einer sein. Ja, das wundert mich auch, weil ich hab wirklich auch einen hinlegen sehen. Bronzo, du hast die Tür, ne? Ja, ich hab die Tür im Blick, ich roll mich hier rüber. Aber pass auf, Curry, nicht, dass irgendwie die dich von draußen dann sehen oder so. Wenn ihr die Rechtsheit schulen könnt und die Leichen ausziehen könnt, dann wäre es natürlich gut, aber... Und jetzt an alle, die sagen, warum stimmt ihr nicht dahin, wir wären so im Nachteil, weil wir von oben herablaufen würden. Und die würden uns früher sehen als... Ah, ich sehe da einen, der ludelt gerade, glaube ich, den Buffander oder den Major. Okay, okay, das ist gut. Ganz rechts ist er. Ja, an der zweiten Tannenreihe, ne? Er steht da gerade, ja. Ja, ich sehe ihn, jetzt bewegt sich einer, oder? Er rennt weg, ja. Er rennt irgendwo hin. In welche Richtung? Er ist nur wieder in die Tannen gerannt, ich weiß nicht, ob er da noch ist oder ob er nach hinten wegrennt. Ah, okay, das ist der zweite. Also es sind zwei Leute, zwei Leute. Scheiße, scheiße, ey. Dann haben die sich wieder hochgenommen. Ja, Kruzsack. Und beide laufen? Ich hatte mal vielen dabei, übrigens. Okay, Curry, ich sehe sie. Ja, ja. Position, Curry, geh auf deine Position. Geh auf deine Position. Alles klar. So Leute, jetzt wird es dramatisch, jetzt wird es dramatisch. Und hier ein Beweis, dass es mit dem D-Sync tatsächlich stimmt. Habt ihr auch alle eine rote Kette? Ja. Das heißt, ich spiele in der Nernz. Okay, Curry, sie sind genau auf dem Weg zum Prison. Alles klar, klar, ist bereit. Ich würde sagen, in 20 Sekunden sind sie da. Okay, okay, okay. Wir müssen, wie die Tür aufmachen. Ich gehe die Treppe schick runter. Leute, haltet euch bereit. Waffen anvisieren. Du kannst auch eigentlich mit hier runterkommen. Rutschen ein bisschen. Curry, du sitzt da sehr ungünstig. Komm, du ein Stück zurück, Curry. Jetzt nicht gehen, nicht gehen. Am besten sonst hinlegen. Leg mich hin. Leg mich hin. Nicht hinlegen, sonst hören sie das. Okay, Leute. Über ein Stück über die Tür. Über die Griffe zielen. Dann habt ihr ja einen Headshot. Und denkt dran, der eine legt sich vor die Tür, öffnet so die Tür. Der andere will reinschießen. Das habe ich vorhin schon gesehen. Ja. Also, rechnet damit, dass ihr, dass ihr direkt nicht vor euch steht, sondern von hinten oder von weiter links oder rechts schießen wird. Verschritte. Rechts von uns. Ach so bitter, ey. Okay. Verschritte. Direkt vor uns. Tür geht auf. Die Tür geht auf. Der steht rechts von der Tür. Den müsstest du eigentlich sehen, Dennis. Okay, passt auf. Ich mache jetzt eine Nova. Ich renne jetzt raus und versuche, die dann im Gen abzuschießen. Nein, nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Wir sind im Vorteil, wir sind im Vorteil, weil wir über sie liegen. Bleib hier. Ja. Aber die haben natürlich die Mehrzahl. Pssst, die laufen. Teil Munition. Wir sind in der Garage wahrscheinlich. Bufanda kriecht mal langsam nach vorne und versuch die Tür wieder zu schließen. Bufanda ist gar nicht hier. Sorry, sorry, sorry. Bronzwild, versuch mal langsam nach vorne zu kriechen. Er hat gerade mit einem Zombie gekämpft. Ich habe einen Zombie gekommen hören. Tür schließen. Super, zurück, 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 zurück. Sehr gut, Jungs, sehr gut. Sauber, Leute. Die schießen auf die Tür. Man kann nicht durch die Tür durchschießen. Nein, kann man nicht. Sonst wäre der jetzt tot. Also, lass mich kurz zusammenfassen. Gegenüber von der Tür liegt jemand. Der ist ein bisschen weiter tiefer. Und rechts von uns ist jemand. Genau, da liegt einer immer. Ja. Wir müssen natürlich auch drauf hören, wenn sie nachladen. Ja. Die gehen halt immer in die Garage da, um nachzuladen. Ja. Und in der Zwischenzeit hält der von auf zwölf Uhr dann natürlich die Stellung. Ja. Da war gerade keiner. Ja. Ich höre Schritte rechts von uns. Bis jetzt gute Arbeit, Jungs. Leno ist auf dem Weg wieder hierhin. Leno müsste jetzt gezielt zu seiner Leiche eigentlich rennen. Weil damit rechnen wir ja wenigstens. Nee, die haben gelootet. Die haben gelootet und wahrscheinlich versteckt. Ich denke auch, dass das aussichtslos ist. Aber ich kann ja trotzdem ein bisschen scouten von außen. Und an euer Auge sein. Aber spätestens jetzt werden die uns gleich angreifen. Also, die wissen, dass wir hier drin sind. Die teilen Munition, die laden Munition nach. Die haben sich positioniert. Also, die werden nachher irgendwann versuchen zu stürmen. Bin ich mir weit. Die Neugierde alleine ist da. Die sind zum Angriff bereit. So, ganz kurz ruhig mal hören, ob wir irgendwas hören, schritt oder so. Bronze, du hörst nichts, ne? Nee. Curry? Mhm. Okay, Curry, zieh du mal bitte auf die linke Tür. Ein bisschen. Und Bronze auf die rechte mit mir. Bronze kann besser nach links und ich nach rechts. Ja, ja. Ich ziehe so auf die linke untere Seite. Ja, genau. Da habe ich nämlich gerade nur einen Kopf gesehen. Mehr nicht. Also, rechts auf der Seite. Ja. Die machen jetzt ihren Plan. Wie lange ungefähr brauchst du noch, bis du hier bist? Ich bin gleich an meiner Leiche. Ungefähr. Okay, du weißt. Zehn Sekunden. Der liegt direkt auf zwölf Uhr von uns, ne? Dann, äh, vorsichtig und vielleicht, äh, annähern. Ganz langsam. Könnt ihr vielleicht versuchen, den zu boxen. Ja, von hinten. Damit die irritiert sind. Ja. Wird zwar direkt sterben, aber dann hättet ihr wenigstens vielleicht dann auch eine Chance, da irgendwie ein Zeichen zu setzen. Die erste Erfahrung mit, mit der Mosin. Negativ. Aber mit der Mosin im Nahkampf ist natürlich schwierig. Ich hatte auch keinen Schuss mehr, als er, als er mich getötet hat. Da kommt die beiden Drecksicke. Ich bin auch gleich da, ne? Also, ich sehe das Prison. Die laufen zurück, die laufen zurück. Die laufen zurück zwei Stück Richtung, wo die uns gekillt haben. Elf Uhr. Okay, Curry, du, ich gucke aus dem Fenster oben. Hör so auf, Dennis. Ja, wenn die zurücklaufen, schießt jetzt auf. Wer ist denn da oben? Alter, hier oben ist jemand. Wer ist das? Da oben ist jemand. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab, davor. Ich muss die ghosten. Ich blute. Aber er ist so. Dennis, runter, runter. Dennis, runter, du blutest. Die ghosten hier runter, Alter. Kann mich jemand, kann mich jemand, nee, der ist da gespawned, erlaub ich. Kann mich jemand hier, äh, da, ghosten. Ja, weiter, ich mach. Einer auf die Tür gucken. Ja, und was ist mit oben? Kann mich jemand bandagieren? Mach einfach. Ich check das. Ich mach, ich bandagier dich. Was für Wichser, Alter. Oh Mann, ey, dass man nicht mal vernünftig Daisy spielen kann, weil das ist so traurig. Ja, deswegen ist Gefängnis einnehmen, eigentlich schon mal. Ich weiß nicht, ob er tot ist, Leute, ne? Ja, das ist kannte Idee, ne? Ja, gut, dass du es noch gesehen hast, ey. Aber ich mein, das war unser Plan, wir müssen das jetzt auch irgendwie... Ja, so hat man natürlich wenige Chancen, wenn die rumghosten und so. Ja, das sowieso. Das sind immer die Besten. Pass auf nicht, dass da hinten an der Treppe steht, Dennis. Nee, da steht keiner. Ich glaube aber nicht, dass der dazugehört. Wenn zwei weggelaufen sind, ich glaube, das ist, äh... Warum das denn nicht? Ich glaube, da ist jemand gejoint. Ich schieße, siehste? Ist der tot, der Typ? Ich gebe denen jetzt einen Headshot. Der ist richtig gut ausgerüstet. Ich schieße aber nicht auf dich. Ich bin nämlich bei denen ganz anderen. Nee, die sind wieder in diesem Wald, wo die uns erschossen haben. Guck, ob er Essen hat oder so. Habt ihr eine Waffe vielleicht, Leute? Die beiden sind wieder im Wald, ne? Ja. Ich gucke mal eben unten, ob hier noch einer ghostet oder so. Ähm, den ihr getötet habt jetzt im Gefängnis. Ich check den gerade, ich check den gerade. Na, warte, der auf jeden Fall. Schöre Schritte, Leute, sag mal ruhig. Er ist Bufanda. Äh, das ist der Bronze. Ja, unten ist alles frei, soweit. Moment, ich muss mal ganz kurz hier... Dann zieht mal bitte die Leiche aus und ich hol mir die Waffe. Das, äh... Ich will mich natürlich rächen, ne? Dass ich nicht auf mich sitzen. Hat der was zu essen, Dennis? Alles... Äh, ja, ich hab paar Sachen hab ich. Ich bring's mit, ich bring's mit, ich bring's mit. Super, wenn der auch was zu trinken hat. Der hätte eine Shotgun, hatte der. Lenn... Oh. Oh. Egal, eine Waffe ist eine Waffe. Lennow verliert die Verbindung. Okay, Lennow, du musst sofort wieder... Curry, ich hab dir hier drei Sachen rausgehauen, Peaches. Ah, super. Halt mal eben die Stellung, ich geh mal eben hier an die Treppe. Okay, der Lennow ist... Der Lennow ist nicht mehr da. Er kommt jetzt aber wahrscheinlich gleich wieder. Ah, super, Alter. Zu trinken hatten die gar nichts? Oh, äh, der Typ? Doch, ich geb dir gleich was. Warte, ich ess ganz schnell. Aber ich bin... Ich hab ein Fracture, Alter. Ich bin irgendwo verletzt. Ich weiß immer nicht wo. Ja, es geht aber noch klar. Also, ist nichts gebrochen oder so. Ich ess ganz kurz was. Und wenn, dann hätt ich auch noch einen Splint. Schuss. Boah, ich glaub, das gilt mir. Alter, hör auf zu essen, du Spasti. Die Maus war bei mir erst abbrechen. So, ich hab mich auf den Boden gelegt. Ich komm nach unten gekrochen. Dann glaub ich hier am Gefängnisfenster. So, gehst du wieder rüber? Genau. Was macht der denn? So, jetzt. Boah, Alter, der hat sich da oben... Das war einer, der sich oben eingeloggt hat. Das war keiner von denen. Nee, 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 nee. Die waren ja auch nur zu zweit. Ja. Ja, gut. Aber das hatten wir machen sollen direkt. Aber wie man es voraussehen konnte, ne? Ich hab genau gewusst, dass sie von links dahin kommen werden. Das war so klar. Ja, das Nord-Ost-Effield, das bietet mal auch nicht so viel Spielraum für verschiedene Strategien. Also irgendwie... Ja, eben. Das macht man als normaler Spieler. Ja. Man muss vom Tower rausrennen, vor die Hangers und dann einen Bogen um den Wald. Boah, Gott sei Dank hab ich den gesehen, Alter. Ja. Okay, Leute, ich bin... Gut gemacht. Konzentrieren, mal konzentrieren jetzt. Der Typ ist tot und fertig. Schuss von 3 Uhr. Ja, der Schuss, der Schuss war dringendig. Bauerkramas. Entweder Schuppen oder Tower. Nochmal. Tower, Tower. Die schießen auf jemanden, aber nicht auf uns. Da ist jemand mit einer Mosi da oben. My... My arm is broken, okay. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf mich? Äh... Nur kannst du schlecht erzählen mit... Scheiße. Kann man das mit einem Splint heilen? Ja. Müsste eigentlich gehen. Oh, hier hat gerade jemand durch die Wand gebackt. Da steht... Da sitzt auf jeden Fall jemand in der Garage. Ich sehe wieder die Tür vom Gefängnis, ne? Ähm... Bronzo, komm mal ein bisschen nach links. Ein bisschen nach links. Stopp. Reicht, 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 reicht. Perfekt. Also jemand sitzt in der Garage, okay. Ach, die haben ja alles ausgezogen hier, ey. Ähm... Major, komm, versuch mal ganz schnell ins Prison reinzurennen, weil die sitzen in der Garage, die dürfen... Da muss die Tür erst aufmachen. Ja, ja, genau. Ich guck jetzt mal, ob ich ne Waffe viel finde. Ja, weil da oben liegt ne Waffe. Du könntest hier die Shotgun nehmen. Du müsstest nur hier reinkommen. Ich hab sogar Munition dafür. Ja, die Shotgun... Ja, immerhin etwas. Der ist besser als nichts. Komm jetzt. Kannst du damit bestimmt ordentlich was weghauen. Ja, ja, ich komm jetzt rein. Wir diskutieren hier wieder rum wie... Ich ess was kurz, Curry. Ich guck mal, ob ich wieder... Äh, ne, dazu habe ich viel zu wenig. Nee, ich auch nicht. Das ist nicht hin. Du ein Scheiße. Sag, wenn du kommst, also wenn du kurz davor bist, dann mach ich die Tür auf. Ich hab jetzt noch zwei Rationen zu essen. Also wenn jemand braucht, der muss dann sagen... Ich brauch gleich nur noch was zu trinken. Dann geht's mir wieder super. Ja, kann ich leider nicht mit ihm. Ich muss jetzt gucken, Dennis, ob ich dich jetzt splinden soll oder nicht. Wenn ja, dann müssen wir uns eben zurückziehen. Okay, Curry, kannst du das im Visier halten? Komm, 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 schnell, schnell, komm. Ist das euer Ernst? Curry, gib uns kurz eine Sekunde. Ja, wenn er nicht schießen kann, dann haben wir eigentlich einen Mann weniger. Das ist schlecht. Die haben den ganzen Backpack ausgetauscht. Krass, ey. Rote Kette. Also, ne? Ja. Das ist Bescheid. Oh. Hier ist ein Zombie bei mir und ich hab nichts, womit ich mich wehren kann, ey. Komm schon, hier musst du eine Waffe legen. Komm, ey. Ah, vielen Dank. Freyscheid ist weg. Super, geil, danke. Überrasch. Okay, jetzt sind wir wieder drei Mann. Nicht zwei und ein halber. To the half, man. Ja, besser, besser. Mensch, ja, komm zu uns jetzt. Ja, ja, ich bin unterwegs. Halt dich dann hier auf. Aber sag ungefähr fünf Sekunden vorher Bescheid, weil dann kann der Curry die Tür öffnen. Ich geh aber davon aus, dass ich sterben werde, weil die bewachen bestimmt sowieso die Tür. Ne, deswegen, deswegen... Ne, ne, ne. Ich würde von links kommen. Also, genau, komm von links. Ich mach die Tür jetzt ja auf dann. Dann rennst du einfach rein. Und wir machen die Tür dann mit dazu. Stellt dich erst mal links an die Wand. An das Prison. Also, also nicht direkt da vorne. An die Seitenwand. Also vom Eingang quasi. Also von euch links, von mir rechts, ne? Ja, ja. Also gegenüber nicht vom ATC kommen, sondern von der anderen Seite. Ja, aber direkt vor mir in der Garage sind Spieler. Wenn ich da jetzt reinrenne, ich hab die jetzt da reinlaufen sehen. Also ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Meinst du am blauen Tor oder was? Ne, sofort vor dem ATC. Ja, ich werd schon beschossen. Ach, das ist so lächerlich, ey. Die haben ja alles... Direkt hier in der Garage, wo wir letztens auch mit Dennis und so drin waren. Also hier auf drei Uhr bei uns, wenn wir jetzt rausgucken aus dem Prison. Richtung Tür. Ach klar, wo gerade jemand gebackt ist, oder was? Da hat ja jemand geglitscht. Aber der Schuss, der kam nicht aus der Garage. Ne, der Schuss kam links. Der ist aber gerade einer reingelaufen. Ja, ja, der glitscht da ja die ganze Zeit durch die Wand. Ich lauf vor der Tür rum. Wenn ihr jetzt die Tür aufmachen würdet, könnt ihr euch reinrennen. Okay, Curry, go. Einer von euch, anderer zielt. Schnell, schnell, schnell. Zombie ist auch noch hier. Komm, Curry. Go, 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 go. Go, Freud. Mach die Tür auf. Okay, los. Rein, 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 rein. Einfach reinrennen. Loll. Leute, er schießt auf den Zombie, Mann. Tür zu, Tür zu. Tür zu, Tür zu. Wollte ich gerade schießen, aber ich hätte... Ah, da ist jemand. Ich bin bewusstlos. Du? Ja, an der Treppe. Mach ihm was, Leute. Wie bist du denn bewusstlos? Der hat mir Headshot gegen ihn. Scheißegal, Leute. Kann mich jemand teilen oder so? Ich weiß nicht, ob ich blute. Soll ich so lange deine Waffe aufnehmen? Mach. Er blutet. Du musst ihn in Wendern verbinden. Mach einfach, komm, schnell. Nimm die Waffe auf und ich verbinde ihn. Komm, mach hier. Ich verbinde ihn, ich verbinde ihn. Okay. Der stand direkt vor der Tür. Boah, Alter. Der wird jetzt reinkommen, wenn er hört, dass wir uns verbinden, ne? Also... Ja, die beiden Jungs auf die Tür und einer verbindet mich. Ja, ja, pscht. Alles cool, ich höre ihn laufen. Pass auf. Er läuft hier rum. Dammit. Drecksack, du. Ich habe dich verbunden. Könnten jede Sekunde stürmen. Also wirklich Vorsicht. Kannst du meinen Puls irgendwie checken? Du lebst noch, du lebst noch. Okay. Ja, ja, du bist noch da. Das Ding ist, hat jemand einen Salim back, den er rausbeißt? Ja, hab ich gleich. Mach ich den gleich. Lass mal jetzt erstmal eben... Ich schmeiß raus und ich mach's. Hier, liegt hier. Ich kann mit deiner Waffe gar nicht zielen, ey. Die bringt mir nix. Ich habe wieder was gesagt. Ja, ja, der verarscht euch. Komm, hau rein. Schnell, schnell, schnell. Okay, okay. Du musst die Waffe wieder aufnehmen, Dennis, ne? Hm. Die Waffe bugt bei mir. Wenn ich dann wieder zurückkomme, ich weiß es ja nicht. Du kommst zurück mit Salim jetzt. Okay, Zombie ist weg, mega geil. Habt ihr noch EP oder sowas? Nee, ne? Nee, leider nicht. Warum denn? Der kommt doch jetzt. Du musst jetzt jede Sekunde kommen. Also sterben kannst du jetzt eigentlich nicht mehr, weil du bist verbunden und Salim back. Ja, genau. Ja. Ich bin auf jeden Fall bewusstlos nicht tot. Ja, ja, das dauert halt immer ein bisschen. Komm drauf an, wo du getroffen wurdest. Du hast jetzt einen Helm auf. Du kommst jede Sekunde jetzt wieder. Kann jemand SKS-Money rausschmeißen? Wäre das möglich? Nimm die aus meinem Rucksack einfach. Habt ihr noch was? Ja, Dramatik pur hier, liebe Leute, bei dieser Spezialfolge von Desi. Nee, ich hab, ich hab, ich hab. Homo. Homo, sagt der Ja. Homo, komm mal hier rein, Homo. Nicht drauf reagieren, nicht drauf reagieren. Ich zeig dir meine Banane. Okay. Nicht in der Geschichte. Nicht drauf reagieren, Leute. Ja, haben wir ihn gleich in den Arsch. Okay, ich bin länger bewusstlos als tot. Also das ist schon mal gut. Ich denke mal, ich werde jetzt ein bisschen neu hier liegen. Leute, kann ich mal versuchen zu schießen? Was sagt der? Das ist ein Deutscher, oder? Ein Deutscher, ja. Kann ich schießen, ey. Kann einfach nicht schießen. Kann der mich eigentlich hören, wenn ich bewusstlos bin und ich reden würde? Ja, ja, du kannst, ja. Wenn du bewusstlos bist, schon, aber nicht, wenn du gut bist. Versuch mal, mit ihm zu reden. Ey, du Drecksack, komm doch rein, sei doch ein Mann. Ey, gehörten die zwei am Wasserloch da unten zu euch? Wer weiß? Ja, ja. Doch, ich sag's ihm und ich sag ihm. Sag mir einfach die Wahrheit. Ja, ja, die gehörten zu euch. Bin wieder da. Ich frag mich, wie du überleben konntest. Nimm die Waffe auf, warte, ich leg die wieder hier hin. Wie war's? Wie konntest du überleben, obwohl ich dir die Beine gebrochen hab? Ja, wie wohl? Aber ein von euch hat ein von euch nicht noch getroffen. Aber ein von euch ist nicht noch getroffen. Ja, ein, ein hast du, ein hast du in die Beine geschossen, der war auch tot. Aber ich war mit der Pistole noch am Ende. Was machst du denn jetzt? Die Waffe ist nicht da, Alter. Einen hab ich getötet. Einen hab ich getötet. Ja, aber wir sind ja unser Bier komplett wieder auf eurem Frau. Ja, okay, tut mir leid. Okay, tut mir leid. Gut falsch. Gut falsch. Jetzt viel Glück. Jetzt viel Glück. Hier, Dennis, die Waffe wird jetzt hier liegen. Okay, jetzt müssen wir überlegen, was wir machen, Leute. Ich muss da irgendwo an die andere Waffe brauchen. Wir können nicht viel machen, oder? Wir sind hier eigentlich total scheiße. Vielleicht hätten wir gar nicht mit denen reden sollen. Das hat er jetzt auch nicht viel geändert. Kann ich da mal hoch, Dennis? Danke. Aber denen hat es ja auch nicht viel gebracht, was wir jetzt mit denen gesprochen haben. Ja, aber wie gesagt, einen hab ich dann doch von denen erwischt. Und dann schießen. Der Lenno müsste einfach da reinhalten. Wir sind auf jeden Fall mit mehreren Leuten hier, das ist. Lass mal mir halt. Naja, die sind zwei und wir sind jetzt vier wieder. Also vielen Dank, dass ihr mich wieder geholt habt. Boah, Alter. Lass mir keinen sterben. Alter, habt ihr Shotgun, Muni? Ja, komm her. Shotgun? Hm? Komm her runter. Ja, klar, ja, gleich will ich löschen. Zehn oder zwanzig Patronen könnte ich noch gut gebrauchen gleich. Ich hab nur zwei Schuss. Nee, komm her, komm her. Ich hab zehn Schuss. Okay, Curry, ich verlasse eben die Position. Okay, ich gebe Curry die Deckung. Warte, ich gebe dir die Deckung. Munition liegt hier, wo ich sitze. So, Leute, was habt ihr vor? So, Leute, was habt ihr vor? Oh, das Psychospielchen hier oder was? Hast du was, SKS, Dennis? Nee, hab nix mehr, nix mehr. Scheiße. Ich kann dir noch was geben. Sag mal, wir können uns ja mit denen zusammentun. Ihr braucht, ihr braucht. Nee. Alter, Alter. Scheiße, scheiße. Leute, komm zurück. Ja, ich schieß doch. Habt ihr die Tür offen gemacht? Ja, ja, warte. Gerade wo ich meine Position wieder eingenommen hab, ey. Ich kann nicht mit der Waffe schießen, wie geil ist das denn? Ist doch jetzt scheißegal. Geh mal weg, geh mal weg, Major. Ich muss mal einer aus uns auseinander bauen. Warte, ich mach die Tür wieder zu. Wir machen das jetzt so. Major rennt raus, spielt einen Lockvogel und... Vorsicht, Curry, zurück, zurück, Curry. Der ist da. Und wir knallen die dann über den Haufen. Der ist direkt rechts an der Ecke. Der Major muss die Tür zumachen. Wir werden jetzt das Feuer eröffnen, wenn einer rausrennt. Da ist er. Da, er hat mich getroffen. Bist du tot? Ich bin ohnmächtig. Leute, ihr müsst mich verbinden, Alter. Major, geh mal die Tür zumachen. Komm. Ich mach die Tür zum, okay? Los, go, go, go. Sehr gut. Verbinde mal den Curry. Verbinde mich schnell. Schnell den Curry verbinden. Ja, dann mach dir wieder auf jetzt die Tür. Mach dir den Curry verbinden. Ja, ihr müsst die Tür im Blick. Okay, ihr deckt die Tür. Ja, ja, ja. Dennis, pass auf. Ich hab die Tür genau. Da musst du sofort schießen. Ja, ja, Alter, mach nix. Ruhig. Ich auf die rechte Seite, du auf die linke Seite. Okay, die laden nach. Dann habt ihr gehört. Einer hat eine M4. Also, ich bin jetzt gleich an der Tannenlager. Ich hab eine Mosin ohne Munizierung. Ich kann jetzt mal von außen spotten. Ich mach wieder die Tür zu. Ja. Sehr gut. Leute, so kann das den ganzen Tag weitergehen. Vorsicht. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Keine Munition mehr. Munition ist leer. Munition ist leer. Jetzt hab ich wieder die Tür zumachen. Scheiße, ich hab nur noch 5 Schuss, ey. Ich kann dir gleich was geben. Ich kann dir gleich was geben. Curry, hast du SKS-Munition? Ja, ja, aber ich hab 30 Schuss und dann hab ich noch irgendwie 20. Aber nicht alles rausnehmen. Ich brauch mindestens noch 10 auf Rückgrat oder so. Curry, du darfst nicht dich bewegen. Ich mach doch gar nix. Oder irgendwie ist es abgebrochen. Keine Ahnung warum. Was? Verbinden oder was? Okay, einer steht direkt vor der Tür. Ich bin tot. Ja, der hat auf dich geschossen. Der hat den Gnanenschuss verpasst. Schieß weiter, Schieß weiter, Boomer. Äh, Dings. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Ich bin sofort wieder da. Ich leid grad nach. Ja, Curry, der hat die Tür aufgemacht und den Gnanenschuss verpasst. Okay, äh, nimm du die, nimm du den Loot vom Curry. Komm. Okay, du müsstest hier in der Nähe spawnen. Komm zurück. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Leute, durch die Tür könnt ihr nicht schießen. Was? Sag nix, sag nix. Die verschießen hier ganze scheiß Munition. Also ich sitze jetzt draußen in der Tanne mit ner leeren Mosin. Also ich kann nur spotten. Wo hast die Mosin hier? Polizei wacht jetzt krass noch. Das darfst zwei Stück lang da. Mal gucken, wo ich spawnen. Der hat sich jetzt Pistole gezogen. Ich versuche jetzt wahrscheinlich auch nochmal irgendwie zu ärgern. Curry, nimm deine Sachen schnell. Hier ist keine SKS-Muni bei Curry. Meine Ahnung, wo ich bin. Doch, in der Muni-Box muss das sein. Nein, ich habe beide gerade durchgeguckt. Da ist keine SKS-Munition. Doch, doch. Okay. Okay, der kommt. Auf jeden Fall. Der liegt da, der liegt da, der liegt da. Ja. Gerade gesehen. Der ist tot, der ist tot. Ich habe ihn, der ist tot. Dein Kollege ist auf jeden Fall tot. Der muss hinten in ner Garage sitzen, weil ich sehe den gerade nicht. Ähm. Kommt mir vielleicht kurz jemand an, wo ich bin? Mensch, mach mal die Tür auf, ich schieße hin. Ne, 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 ne. Bronze bleibt da weg. Der blöff nur, der kann nicht leben. Ich bin A, O, Doppel, N, H, A. Ich esse mal kurz schnell was. Wenn ich ein bisschen wieder Farben ans Spiel kriege. Weiß das jemand? Ich guck gerade. A, O, was? Guck mal bitte, ob du da SKS-Munitium findest. Ich sehe da nichts. Ach, SKS-Munitium brauchst du. Sorry, ich dachte die ganze Zeit mosing. Ja, warte, ich leg dir fünf, ich leg's, ich spliss dich mal. Leg mir auch was raus gleich. Warte, ich schau selber weg. Sieben Schuss liegen hier. Mehr habe ich leider nicht, sorry. Ja, ich brauche nur zehn Schuss oder so. Sieben habe ich dir da hingelegt irgendwo. Hier, wo ich sitze. Ich bin da draußen. Der Major, Alter. Hast du? Liegen gerade nicht. Ja, ja. Wir müssen ein bisschen reinhauen, sonst... Der sitzt in einem Busch. Ich bin in Dolina, bin ich. Okay, ist einer nur noch da oder zwei? Einer muss tot sein, das kann nicht sein. Ich habe den anderen Typen auch so oft getroffen, der muss tot sein. Liegen da noch SKS-Munit vielleicht? Nee, gar nichts mehr. Ich habe mir nur sieben genommen, also... Also, 20 habe ich noch. Der Major, komm, einer rennt raus und dann... Nee, der steht direkt vor der Tür. Warum, warum? Wenn du die Tür aufmachst, der will reinkommen nachher irgendwann mal. Der Bufana, du beobachtest, ne? Der Bufana müsste jetzt so von hinten kommen, Alter. Das wäre mega geil. Oder, geh mal dem boxen, Alter, und wir schießen auf den Traum. Ja, das wäre ein super Ablenkungsmanöver. Einfach ablenken jetzt. Ich sehe ihn gerade nicht. Da muss er die Position verändert haben nochmal. Curry, ähm, äh, äh, Major, pass auf das Fenster auf, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ah, nee, der sitzt da noch in dem Busch. Kollege, lebst du noch da draußen? Weil, wenn er das gerade getroffen hat. Lebst du noch? Nee, ne? Hat dich erwischt. Lohnt es sich von, von Dolina zu euch zu rennen? Oder dauert das so lange? Dann bringt dich, glaube ich, um. Warte mal, was lustig ist, der kann gar nicht mehr leben, weil sonst würde er jetzt reden. Ist so, der, der... Der ist verblutet. Einer ist definitiv, einer ist definitiv tot, das kann nicht sein. Ja, ich hab den auch viermal getroffen und du hast den nochmal getroffen, also er muss tot sein. Ja, ich hab auch mit der SKS einmal getroffen, auf jeden Fall, also... Gute Arbeit, Leute. Kollege, tot, was ist da los draußen? Der ist tot, oder... Weil, das ist... Der würde sich jetzt zu Wort melden. Finde, schießt der. Okay, die bekriegen sich... Jetzt die Tür auf und schießen, oder was? Mach mal die Tür auf. Nee, 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 nee. Alter, der bekriegt sich mit jemand anderes jetzt gerade. Hast du doch gehört, das war eine Mosin, die auf ihn geschossen hat. Ja, ja, hab ich auch gehört, ja. Aber der hat immer noch die Tür im Blick, wenn der... Ja, ja, warte, 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 wir warten nochmal, ob da ein Schuss gleich fällt. Achso, ähm, sieht mal Currys leicht aus, nicht, dass sie... Ich mach das, warte. Oder, Bronze, du machst... Ey, aber positioniert euch mal besser, bitte. Legt euch mal da wieder hin, oder so. Weil, wenn ihr die ganze Zeit hin und herläuft, Bronze, du auch unbedingt. Major, du auch. Nee, wir müssen... Ich kann hier nicht stehen. Sonst bin ich ein zu leichtes Ziel. Ich muss immer hin und her. Ja, aber damit verrätst du auch die ganze Zeit deine Position, ne? Meine? Ja, wenn du hier die ganze Zeit rumläufst, dann weiß er ja, dass du da stehst. Ja, der weiß ja sowieso, dass ich hier stehe. Hauptsache, ich bin keine Zielscheibe für den und bewege mich die ganze Zeit. Das ist sehr wichtig, sonst bin ich hier tot. Ich hab hier die schlechteste Position von uns dreien. Ja. Der kriegt halt schon hin. Kollege, meld dich doch, komm. Der hat auch gerade was gesagt, oder? Nee. Wir lassen dich auch ein Leben, wenn du reinkommst. Wir wollen nur ein bisschen was zum Anfassen haben. Komm, komm, komm. Oh, ja. Komm rein in die gute Stube. Oh, ich muss was essen, ich hab Hungry Road, ey. Go, 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 voll. Zeig dir meine Rüchte, komm hoch, komm hoch. Ich hab noch, ich hab noch. Habe ich mich schon genommen, Curry. Ich war selber ziemlich am Arsch. Wie machen wir das jetzt? Okay. Ach, Dennis weiß, wo ich bin? Du bist am Sniperhügel, wa? Nee, nee, das Dorf, wo wir mit Benni dann hingelaufen sind und alle. Ach so. In der neuen Stadt, meinst du? Nee, das ist ein kleines Mini-Dorf, wo wir nach unserer Lachflash-Folge hinzulaufen sind. Okay, das Problem ist, langsam gehen uns die Vorräte hier aus, ne? Ja. Also ich glaub, zum Finale dieser Folge müssen wir gleich raus. Ja, raus gehen gleich. Das Finale, Sturm. Erwartet wenigstens noch, bis ich da ankommen, weil ich glaub, so viel zu essen müssten wir noch haben. Ich hab auf jeden Fall noch zwei Dosen gehabt bei mir. Ja, die hab ich, Curry, die sind weg. Ich tränke. Ich hab auch noch hier ne Dose, Major. Also ich bin energized und hydrated inzwischen, also bei mir kann, ich brauch jetzt erstmal nichts mehr. Ja, ich bin auch noch healthy, das ist sauber. Na, ist da noch jemand draußen? Leno? Wo bist du? Ich versuch nochmal in Position zu gehen. Ich fange da, du musst doch mal scouten. Wer ist da draußen jetzt? Ach, den Leno haben wir ja schon länger verloren, ne? Ja, ja, der ist ja gar nicht mehr da. Jetzt einfach nicht drauf, Jungs. Komm, leg dich hin, mach die Tür auf. Komm, komm. Vom Gefängnis ist momentan keiner. Ich geh mal oben spotten, am Fenster. Ja. Da ist ein Mosin-Schütze, ne? Pass auf, Dennis. Ja, ja, der sieht mich aber nicht. Ja, sag das nicht, je nachdem, wo er sich positioniert. Die können hier ganz gut reingucken in die Prison. Ach, der ist definitiv tot, der labert doch da. Der labert ja gar keiner mehr. Lass doch, okay, wir warten noch kurz auf Curry, bis er da ist und dann, äh... Fandler, du musst unbedingt gucken, ob der eine kommt und zu seiner Leiche will. Ich glaube, der andere bewacht seine Leiche, damit die wieder voll equipt sind. Weil einer ist definitiv tot, wie gesagt. Da kriegt einer. Okay. Ah, hinten am Tor kommt jemand. Am Tor kommt jemand. Äh, das ist ein Spieler. Kommt jetzt vom Tor aus. Rennt Richtung... Das ist, das ist wahrscheinlich... Der rennt genau gezielt hier hin. Das ist der Kollege, pass auf. Jubi? Ja. Okay. Ich schieße mal ein paar Mal aus dem Fenster, um den wegzulocken. Nee, nee, nicht weglocken. Wartet doch mal, bis er hier ist. Dann lass uns lieber ihn dann holen. Die blöde Axt. Hier, warte, warte. Ich sag weiter, ich sag weiter. Er kommt, er rennt am Zaun, er rennt am Zaun. Er ist schon hinter dem Zaun, also Richtung links. Der wird jetzt hundertprozentig die Leiche looten. Das ist sein Kollege. Okay, ich höre einen draußen laufen. Ja, er kommt näher, er kommt näher. Er ist jetzt... Bauen Sie, du stehst da schlecht. Bauen Sie. Vor dem Prison. Also der looted jetzt. Jetzt müsste man eigentlich die Tür aufmachen und wegschießen. Weil er die, die, der holt jetzt die Leiche... Ja, mach doch. Tür auf, Tür auf, Tür auf. Deckung, Jungs. Wir wissen, dass du da bist, Alter. Komm. Ach doch, Alt war die Tür auf. Haben wir, haben wir. Wir wissen, dass du da bist. Newbie, wir wissen, dass du da bist. Rund, geht er wieder weg. Der läuft rechts von uns, der läuft in der Garage. Ja. Ich habe gerade eben noch nur über das freie Feld kriegen. Machst du noch mal die Tür auf? Machst du noch mal die Tür auf? Ich schlinge links raus und mache eine Runde. Okay, schieß es. Okay, okay. Und ich lenk ihn gleich von rechts ab. Go, go, go. Das ist ein Newbie, der hat die Waffe aufgenommen. Ja, ja, klar. Das ist er wieder. Dann kommt noch jemand übers Dings gelaufen. Ich bleib im Prison. Okay, bist du da, Major? Bist du da? Der wollte sich ausloggen. Komm, bin locker. Penner. Noch einer. Scheiße, scheiße. Ich habe keine Munition mehr. Ich bin tot. Er saß da direkt drinnen. Ja, ich komme wieder rein. Komm wieder zurück, Major. Komm zurück. Fuck. Einer wollte sich ausloggen, so ein Penner, ey. Machst du direkt die Tür zu. Ja, ich komme rein. Major, du blutest. Ja, ja, ich weiß. Ich habe nichts zum Managieren, aber... Nichts, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Nee, nee, ich bin schon hier. Warte. Pass auf, Major. Wir machen das so. Du hast ja keine Munition mehr, ne? Ja, ich muss erst mal... Du könntest die Axt nehmen und dich kackendreist rechts an der Tür stellen. Und sobald da jemand reinkommt, batz. Einer ist voll ausgerüstet, der. Hier liegt eine Axt. Jetzt mit dem Nubi in der... Scheiße, uns gehen die Vorräte langsam aus. Ach, es leckt, Mann. Du bist mega am Bluten, Alter. Ja, ich habe keine Racks mehr. Brauchst du welche? Wenn du hast, schmeiß raus. Nee, der liegt da. Drei Stück. Was ist das für ein... Guck mal, der lädt nach, hörst du? Oh, was war das? Das war der. Lol. Die bekriegen sich da. Ja, ich bin da nicht draußen. Kannst du mich bandagieren? Nee, da liegt der, okay. Ja. Also einen habe ich mit der Axt erwischt. Nee, du hast ihn umgebracht. Ja, der andere hat mich dann erschossen. Beziehungsweise ich bin momentan noch... Da war nur noch eine. Einen habe ich auch erwischt. Einen habe ich auch erwischt. Zwei waren da. Einer in Bronzesklamotten und der andere... Hä, einen habe ich doch erwischt. Warte mal. Scheiße. Ich habe gebrochene Beine. Kannst du hier reinkriechen? Kannst du hier reinkriechen? Ach nein. Dennis, du musst da halten. Ich habe bei mir Stacey abgestürzt, wie immer. Oh, geil. Ja. Super programmiert, ey. Super programmiert, Alter. Nach dem Update... Franzi, kannst du hier reinkriechen? Ich bin tot. Ah, scheiße. Wo waren da? Wo bist du? Ich lieg vor der Tür. Scheiße, die Waffe funktioniert nicht von Bronzes hier. Ja, war bei mir genauso. Und jetzt stößt... Jetzt stößt Stacey ab. Jetzt hat er mich erschossen. Okay, jetzt bin ich allein hier. Oh Gott. Dennis. Curry, wo bist du? Curry, wo bist du? Ich bin sofort wieder da. Ich bin Kamarovka. Hast du noch kein SKS-Money, Dennis? Ich habe genau noch 18 Schuss. Und sonst gar nichts mehr, ne? Sag mal ruhig kurz. Der eine war auch am rumglitschen da. Na komm, die Motherfucker. Mach die Tür auf. Warnst du, warum bist du denn da gerannt? Ich dachte, wir machen das, was wir jetzt an beiden Seiten kommen lassen. Sag mal kurz ruhig. Bufanda ist tot, oder? Ja. Curry, du bist wo? Kamarovka. Wie lange brauchst du noch? Ich weiß nicht, wie lange das von da ist. Was meinen dir? Weißt du Major vielleicht? Kamarovka braucht fünf Minuten einfach den Berg hoch. Einer in der Fabrik. Ja, ja, mach ich. Okay, Major, wie sieht's aus? Der lebt nach. Der will jetzt gleich hier rein. Wie sieht's aus, Spawning in? Warum zählt der nicht weiter runter? Ah, jetzt 27 Sekunden. Gehörschritte. Komm, Dennis, Alter. Soll ich mich oben... Sag mal ruhig. Soll ich mich hinten oben hinter die Treppe setzen? Nee, wenn die unten reinkommen, ist doch scheiße. Es ist einer. Vielleicht denkt der, dass er alle umgebracht hat hier. Ja, ich werde aber spawnen jetzt. Er hört dich doch. Er hört dich doch, wie du rumläufst. Major, wie viele Sekunden? Drei Sekunden. Eine Sekunde. Please wait. Ehrlich, Daisy. Ganz ehrlich, schmeißt der mich jetzt raus? Okay, da ist er wieder. Bist du wieder da, ne? Ja, aber bei mir steht noch, please wait. Das ist halt so ein Daisy-Bug. Okay, jetzt bin ich wieder da. Okay, da... Ich sehe da... Der eine Spieler... Der ist am Glitschen, ne? Ich sehe den. Bei mir sieht man noch das Gebäude nicht. Okay, der ist am Glitschen. Glitschen. Was heißt denn, dass er am Glitschen ist? Was macht der? Der steht in der Wand und guckt zu euch rein. Ja. Will mich Daisy verarschen? Funktioniert wieder nicht mehr. Du bist am Glitschen, Alter. Ja, der ist am Glitschen. Wir haben auch gesagt, dass wir den Server dann melden sollen. Hör doch mal auf zu Glitschen und spiel fair. Was soll denn das? Lächerlich, ey, ganz ehrlich. Immer dasselbe, ey. Major, dann spiel ich schon wieder abgestürzt. Ich renne, ich renne. Da kann ich nix für sein. Das wäre jetzt behindert, wenn du da und die Treppe hochgehst, weil der das eh sieht. Ja, genau. Das war halt so, bei mir wurde alles nicht nachgeladen. Ich konnte alles sehen, wirklich. Und auf einmal stand der da und war am Glitschen. Das ist echt so lächerlich, ganz ehrlich. Denn, ist die ganze Zeit, Trinkernzeit, der wartet auf jemanden. Also, wenn du mir Mund geben würdest... Oh, 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 sag mal ruhig. Da hat gerade ein Sniper geschossen. Nicht zur Stille. Sag mal ruhig jetzt. Kein Geräusch, nichts mehr von ihm. Er ist nichts mehr, er teilt keine Munition, kein Schritt. Warte. Ich bin nicht verstanden. Okay, er ist noch da, ich höre Schritte. Major, wo bist du? 27 Sekunden. Ich verstehe nicht, warum der mich zwei, wenn der einen da rauswirft. Curry, wo bist du? Ich habe gerade den Berg hoch. Welchen Berg? Wo? Ja, das ist, äh, noch ein Stückchen. Ist noch ein Stückchen. Bufana? Von da aus. Ich fahrt momentan keinen Anhaltspunkt, wo ich bin. Ice, die Hangar ist nice. Please wait, komm, komm, komm. Okay, Chlorie. Vielleicht da. Ja, aber versuch linksrum hier reinzukommen. Also nicht von den ATC, weil der Sitz steht... Also mir kommen die Geräusche rechts rüber. Ich bin da. Okay, ich höre Schritte. Okay, der kommt an die Tür. Der lootert die Leiche. Ja, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Das sind zwei, das sind zwei Leute. Okay, lass, lass machen. Du bist wieder da, ne? Ich bin wieder da, ja. Ich habe aber keinen, ich habe keinen Schuss, ne, Dennis. Ich habe auch nichts. Nimm dir die Axt wenigstens, komm. Ja, mach ich jetzt, Alter. Oder die Shotgun, ist in der Shotgun auch nichts mehr? Nee. Doch, da waren noch zwei Munitionen drinne. Echt? Zwei Kugeln. Ja, nein, komm, 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 nimm. Go for it, komm. Was soll ich denn jetzt machen, Leute? Ja, der will ablenken. Alter, warum glitschst du denn? Komm, sag mal. Ist dein Pimmel so klein, dass du es nicht fährst? Hast du so einen kleinen Penis, dass du glitschen musst, Alter? Echt, zwei. Wir sehen das ja alle. Ey, will mich Daisy verarschen? Warum funktioniert bei mir da und Daisy nicht? Schon wieder? Immer diese Meldung, die man eigentlich hat, wenn man rausgeschmissen wird. Hast du jetzt, bist du jetzt schon wieder geflogen? Ja, das dritte Mal jetzt. Okay, der Major ist keine Option mehr jetzt. Ich bin jetzt hinterm Airfield. Sorry, ich muss rüberlaufen dann. Ja, Curry, aber so, dass du nicht vom ATC gesehen werden kannst. Ja, aber du weißt ja gar nicht, wo die stehen, vielleicht. Die stehen rechts von mir. Also in diesem Zwischengaragending da, ne? Da stehen die beide drin. Tür geht auf, Tür geht auf. Na komm. Na komm. Bin bewusstlos. Scheiße. Das war's. Tot. Passiert, er hat dich getroffen. Ja, ich hab nur einen Schuss gehört und dann kam halt die Meldung vom Dennis. Okay. Ich will noch gern wissen, was mit dem Curry ist passiert und ich guck mal, wo ich spawne. Ja, was soll ich machen? Nein, 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 nein. Herzlichen Glückwunsch, Glitcher. Aber saubere Arbeit, ne? Ich guck jetzt erstmal, wo ich joine. Ja, das ist echt Respekt, Leute. Also Glitchern ist im Endeffekt dasselbe wie Cheat benutzen. Das ist schon echt der Hammer. Das ist schon echt eine Heldentat. In so einem God-Mode zu bewegen quasi, das ist, weiß ich nicht, was man davon hat. Ganz ehrlich. Ja, ich drück ihm gleich eine Urkunde raus und dann kann er sich mit Marcel Davies in eine Ecke stellen. Kann er auch Handys verkaufen. So, ich joine, ich bin mal gespannt, wo ich jetzt bin. Na ja, mehr wird das eh nicht bei ihm. Also bisher hat sich das Gefühl, dass ich in jedes Airfields gespawnt bin. Ich bin jetzt wieder im Airfield, was soll ich machen, Alter? Warte doch einfach, die werden jetzt da drin looten und dann kannst du die noch am Airfield. Ja, dann werde ich gleich verstecken. Ich spawn jetzt auch noch, warte mal. Ich will mal sehen, ob die mich jetzt abknallen werden. Alter, das wäre so mega, wenn der Major jetzt die noch wegschießt, wa? Das ist so Hammer, ey. Ja, nur mit einem Shotgangschuss. Ich glaube, die schießen auf dich. Kann, möglichst. Ich spawn's ja erst und du kannst ja nix machen. Ja, die schießen auf mich. Ja. Ja, ich bin tot. Bravo, Jungs, bravo. Bravo. Gut gemacht, Bitcher. Okay, ich bin in O, P, N, O, B, E, Y. Ich weiß, wo ich bin. Das ist Quarka? Hm, nee. Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich muss den Weg einfach hier runterlaufen. Warte mal. Ja, ich habe jetzt einen grünen Bauhelm auf. Okay. Ich komme jetzt von unten ans Airfield ran. Weißt du, da glitschen Leute. Ich werde dreimal rausgeschmissen. Wird beim Spawn abgeknallt. Das ist ganz herrlich, ey. Ja, ja. Noch schlimmer kann es nicht kommen, ey. Ich bin jetzt auch am Airfield. Wie wollen wir vorgehen? Wollen wir uns da jetzt nochmal irgendwie sammeln oder sonst was machen? Ich glaube, die sind jetzt im Prison. Ja. Wir müssen jetzt alle Munitionen Waffen finden und dann voller reinrushen, Leute. Das wäre so geil. Ja, am Ende noch wiederholen die Glitscher. Einfach nur aus dem Grund, weil diese scheiß Glitscher aus dem Spiegel gekickt werden müssen. Wenn einer Mosin-Muni hat, in den Kraschnopf, da liegt noch eine Mosin auf der Polizeiwache. Das Ding ist, ich kann leider nicht sagen, wo ich bin. Ich dachte, ich bin irgendwo an der Küste. Ich bin jetzt hier nur bewaffnet mit einer Crowbar. Ich habe für meine Feuerwehr Axt gefunden. Ja, Leute, mal ganz... Alter, fuck. Was denn? Ich bin schon wieder jemand auf mich hier. Ganz kurz zur Zusammenfassung hier. Ihr merkt... Warte, warte, ich bin gar nicht an der Küste. Ihr merkt, bei DayZ ist es echt so, dass die Glitscher das Spiel beherrschen zurzeit. Und das ist leider Gottes... Ja, da kann man nichts machen. Also ich würde vorschlagen, dass wir nächstes Mal wieder alles ruhiger angehen wie letztens. Aber wir sind es ja eigentlich ruhig angegangen. Nein, das Ding ist, wie gesagt, in DayZ darfst du dich wirklich nicht irgendwo festsetzen. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass man nur wegen so scheiß... Nee, schießt ein Sniper. ...glitschern. Ja, die bekämpfen sich hier. Dass man wegen so scheiß Glitschern, dass man sich hier nicht irgendwie mal zur Aufgabe setzen kann, das Prison einzunehmen oder so. Das kann doch nicht sein. Kann man nichts machen. Die machen das halt, ne? Und keine Ahnung, was sie davon haben. Machen die aber. Gläscherlich. Was auch ein bisschen Problematik bei DayZ ist, das Problematik gerade, ich habe mich an der Ecke... Also ich habe mich ein bisschen weggelehnt, ja? Und habe geschossen. Obwohl ich nicht an der Kante war, habe ich gegen die Kante geschossen. Weißt du, was ich meine? Wer rennt denn da vorne? Ja, ja, ich denke, das ist mir auch passiert, ja. Hier ist ein Sniper, ne? Ist das einer von euch? Nee, ne? Nee, nee. Wo ist der? Versuchen wir den jetzt mit der Crowbar von hinten zu holen. Geil. Wo ist denn der? Auf dem Sniperberg oder was? Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Alter, wie der ausrastet. Wie der geschossen hat der Typ. Scheiße, der Wichser hat natürlich direkt die Magnum-Ustück. Redest du mit denen? Wo ist denn der? Der ist direkt, wenn du... Hallo? Wachst du da jetzt, oder? Ich stehe jetzt hier in der Garage. Wer steht denn hier noch bei mir? Keiner von uns. Doch, das ist doch der hier, der, der, äh, Bufander, oder? Nee, ich bin unterhalb vom Gefängnis. Wer ist denn das? Ich bin da. Ja, einer von denen vielleicht. Was sagt das doch, Alter? Wieso sagst du nichts, Mann? Komm da einfach hin. Rede mal mit denen. Wo ist denn der Sniper? Vielleicht finde ich hier oben ja SGS-Money. Aber wenn ich wüsste, wo ich bin, ne? Wenn du meine Leiche dann noch nicht, vielleicht ist da noch was Christine drinne. Nee, die haben alles aufgeräumt. Die haben nur seine SGS, da liegt nur noch eine SGS-Money. Darf jetzt erstmal zur Küste? Der Sniper kommt jetzt von vorne in das, äh, Airfield rein. Weißt du, wo das Häuschen ist? Und da wollte er gerade den Berg runterlaufen. Weißt du, wo ich mein? Ja, und der Sniper ist einfach kein Spiel mehr, wo man miteinander kommuniziert. Es ist das reinste PvP geworden. Das muss man nicht sagen. Das ist ein bisschen schade. Weil das ist eigentlich gar nicht das Prinzip hinter diesem Spiel. Das Prinzip ist, also das, eigentlich sollte das Spiel so sein, dass die Leute Menschen sich vereinen und gegen die Zombiehorden kämpfen. Aber inzwischen ist es so, also ich fand, zu Beginn unseres Let's Plays, damals war das noch so, dass es viele freundliche Spieler gab. Aber die ganzen, ja wie soll ich sagen, die ganzen Spieler, die einen immer nur töten wollen und die das wirklich zum, daraus ein Call of Duty machen, die sind tatsächlich eine Überzahl inzwischen. Und das ist leider, ach ich bin die Berenzino. Und dann mit solchen Mitteln, ne? Ja, und dann mit solchen Mitteln, genau. Das wollte ich sagen. Die spielen, der sie, wie man es eigentlich nicht machen soll und dann noch die Glitchs. Also, das ist einfach lächerlich. Ja, wie man halt Call of Duty spielt. Deswegen würde ich mich mal gerne an die Community wenden. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr schon solche Glitch-Erfahrungen mit Leuten hattet und wie das bei euch ausgegangen ist. Also wir haben jetzt im meisten Fall, wir haben ja einmal, wurden wir im Livestream von Glitchern gefangen genommen. Da konnten wir das ja live miterleben, wie die das machen. Da haben die sich im Prison nach hinten in der Wand gelehnt und konnten dann alles sehen, was passiert und so weiter. Und, ähm... Hallo! Bei uns war es schlimmer, Dennis. Wir wurden, ähm... Da waren halt Leute in der Wand und die haben rausgeschossen. Und was unmöglich ist, aber wir sind gestorben. Wem redest du da, Curry? Ja, und ihr habt gerade, ähm... Mich und den Dennis abgeschossen. Wer ist das? Wie, wer... Bist du das, Wofaner? Nein. Redest du gerade mit den Leuten, die uns abgeknallt haben? Darf ich. Was? Ich hab mich leider gar nicht verstanden. Go away. Ich versuche mich einer zu boxen, ey. Ja, das ist echt traurig, dass es so sein... Dass es so ist bei dem Spiel. Was ist denn die? Ja, ähm... Ich sag mal so, dass... Ich weiß auch, wie das nächste Mal alles passiert. Ja, ja, das ist auch einer, der das... Der... Der da steht hier mit dem grünen. Der gehört nicht mit... Der zieht auf euch, Leute. Bin ich? Nee, nee. Go away. Alter, jetzt wollt ihr mir meine Sachen wiedergeben. Alter, Bronze. Ich spiel... 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 Also stand gerade... Da steht jemand am Fenster, der zieht auf euch. Mit grünem T-Shirt. Alter, das ist ja geil. Weißt du, die sich gerade hier durchgeglitscht haben, helfen mir jetzt. Was ist denn hier los? Ja, die können auch mal meine Sachen wieder zurückgeben. Wenn die sagen, kennen die uns, Alter? Ja. Ja, dann sag mal von denen, dass das Mist gebrügt sind. Lenk die mal ab. Lenk die mal ab. Ey, frag die doch mal, was... Was denen das bringt, man? Das ist ja immer umglitschend. Nee, sie haben mir gerade eiskalt gesagt. Sie haben mir gesagt... Ja, wir mussten uns leider glitschen, weil das jeder macht. Sonst überlebt man nicht. Ja, 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 ja. Ja, das ist aber leider... Ich habe leider keine Munition mehr. Sag mal schöne Grüße von Dennis. Das ist die Daisy-Community, die alle Daisy spielen. Genauso wie bei Call of Duty oder League of Legends oder sonst was. Nein, es ist überall das Gleiche. Die ganzen Kittys... Oh mein Gott. Oh Gott. ...machen einfach das ganze Spiel... Mach's denn, Curry? Geht's hier durch die Wand? Ey. Ey, die haben hier gerade eine Schießerei. Sag mal, das bin ich. Sag mal, das bin einer von ich. Dein. Nein, Alter, knall die doch ab, Alter. Ja, hol die Waffe, knall die ab. Meine Waffe war leer. Kannst du mir vielleicht etwas Muni geben? Sorry, ey, du musst uns verteidigen, Curry. Du musst, wenn du kannst, den beiden Headshot geben. Die rechnen am wenigsten damit, dass du das machst. Das ist Ehrensache, Alter. Hier ist ein Zombie. Genau, Alter, lenkt die voll ab auf den Zombie, Mann. Kannst du mich eben... Okay. Ich habe versucht, die mir mit der Schrotblinde zu holen. Alter, hier leg Muni. Wo hast du die Muni hingenieft? Ja? Geil. Für sie noch. Nimm mal die Pickaxe. Curry. Was denn? Sag mal, die sollen mich nicht abknallen, wenn ich da hinkomme. Ich möchte mal gerne mit den Regen. Ah, danke dir. Der Dennis kommt jetzt hier hin, ja? Darf der hier hinkommen? Ja, darf der da hinkommen. Ja, ich sagte doch extra. Ich komme auch gleich mit der Pickaxe. Ne, wir wollten halt einfach mal so ins Prison, haben wir halt mal gedacht, nehmen wir das mal ein. halt natürlich schade wenn man wenn man dann auf leute trifft die dann hier oben klitschen curry du hast doch jetzt munition ne da liegt noch eine abgesiegte schrottflinte curry ich hab 13 schuss was hast du für eine waffe im snappler oder knall dich ab ey bitte wenn du schrottflinte hast warte mal ganz kurz lass uns mal ganz kurz mit curry was hast du für eine waffe ok wenn du eine möglichkeit hast wohl wenigstens einen von den weg bitte sind nicht zu zweit also da sind auch wir waren ein paar mehr die wurden leider schon vorher erschossen nein der curry sagt gerade dass wir mehr waren die sind zu zweit ja genau die gehörten auch zu uns also leute wenn ich die möglichkeit habe die zu erschießen auch egal wenn die freundlich zu mir sind die kriegen auf jeden fall eine kugel von mir in den rücken ohne scheiß allein wegen den glitches oh ja das wäre super alter ich bleibe mich jetzt voll bei dem ein curry du musst aber auch mal die anderen leute hier mit involvieren ich weiß gar nicht was du machst ja ich sitze hier mit dem tower die reden mir ja was erzählen die denn ja die haben halt gesagt dass du kommen darfst und alles haben die die alter knall die doch ab wenn du kannst ok wir machen so wenn die da sind einer knallt ein ab und ich machen das so dass der dennis jetzt hier hinkommt sind wir die so auf ihn kriegen dass du auch deine waffe wieder christen einzel der dennis wenn 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 der hierhin kommt kann er seine waffe wieder haben oder oder habt ihr die alle versteckt sag mal ich habe mir die hart erspielt die liegt noch hinten im prison weil das ist ja traurig dass er jetzt durch so einen blöden kampf hier verloren hat er liegt noch im prison oder was er geht jetzt wieder dahin wir kacken uns dann so bei denen ein und wenn die nicht damit rechnen ja 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 wir sagen dann könnt ihr uns mal das und das zeigen das wäre die perfekte aktion dann lassen wir die vorauslaufen dann lassen wir die vorauslaufen und dann knallen wir die so ähnlich rücken wir müssen irgendwie so machen dass wir mit denen ein gebäude sitzen die ruhig sitzen dass wir die schön in den kopf schießen können weil ja dann sagen wir habt ihr könnt ihr uns mal was zu essen geben oder so in dem moment wo ich vermisse die wir müssen die unterhalten jeder sache der ist leider nicht da wir ich bin gerade mit dennis und ein paar leuten so einfach hier alleine sagen wir nehmen eine spezialepisode auf dem mussten spezialepisode die freuen sich dann und ich weiß an alle zuschauer muss ruhig sein warte ist ruhig kurz sehr kurz ruhig an alle zuschauer die sich jetzt gerade beschweren warum wir so hinterrücks sind das sind glitsche hallo wir haben uns hier voll weggeglitscht ja das ist ja wohl jetzt nur wir machen jetzt die wir machen jetzt die 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 revanche hier der feinsten ok neue strategie bitte der titel macht wen gelegt dennis ah super danke dir sehr nice leute hört jetzt genau zu ich krieg ne mosin mit longscope an der lagerhalle wo wir gespawnt sind ohne muni scheiße die haben doch bestimmt sks muni hol ich die da einfach weg ihr habt ihr habt auch keine sks muni mehr oder so schade aber curry du hast noch welche splitte die nachher das reicht um die zwei zu töten wenn die vor ich hab zehn schuss ja ja wenn du fünf fünf guck mal wir müssen den eigentlich nur ein headshot geben und wenn die nicht damit rechnen reicht das ein schuss im kopf setzen und der ist weg theoretisch könnte curry die jetzt schon alleine killen aber war ich erst mal eben was ja wo ist denn dein freund überhaupt ach ja ok hallo fragt man nach ihren user name und so einfach mal so ein bisschen wie heißt er denn so also wie heißt er denn hier im spiel acht kann checkpuls machen mhm oh leute hier das sind die leute die uns schön weggeglitscht haben bro dread und hier das ist grad so mies aber das ist mir grad scheißegal ey was die machen ist doch schlechter guck mir mal eben deinen namen an ja ich hab mal den typen auf jeden fall super das wird so eine krass aktion gleich wenn die tot sind hier bro dread und universey denn es ich bin auch dabei ich habe ja aber nur die aufnahme so schießt nur im notfall wissen die leute bescheid was für nette hilfreiche menschen hier rumlaufen hast gehört major ja ich hab ich kann nicht beide eigentlich abschießen nein 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 macht das wäre so eine genugtuung einfach weißt du bist einfach unsere du begleitest das gleich schön aus der aus der entfernung okay ich sag dir gleich genau den plan wir machen das so dass wir mit denen irgendwo hingehen okay wir sagen ach ihr könnt ihr mit uns rumlaufen und so weiter dann verstecken wir uns mit denen irgendwo in ein gebäude oder vorm gebäude er wird auf jeden fall so und dann sagen wir dann sagen wir habt ihr was zu essen oder so für uns und dann werden die in inventar gucken der curry sagt auch hast du noch er hat gerade so seine waffe weggepackt ich würde jetzt so wegschießen na curry kommt das wird schöner wenn wir das zusammen haben wir beide werden uns so freuen egal ob wir drauf gehen sag wenn du sag wenn nein wir werden nicht drauf gehen nein ich werde jetzt nicht sagen ich töte euch oder so ich kack mich bei denen ein nein 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 schon klar aber du sagst wenn du hier reinkommst wir müssen das auf jeden fall so machen dass beide ihre waffen wegpacken ja ja das wird der mega plan weil die dann in eventar gucken alter wenn die die waffe wegpacken wir sagen habt ihr was zu essen ich weiß aber nicht wo ich brauche noch ein bisschen das braucht noch ein bisschen fünf minuten ungefähr wo sind wir hier rechts weiter rüber gleich rechts oh mann wie ich mich freue alter das ist so eine genugtuung dann ne wo ist denn die waffe von ihm ist die weggeglitscht boah das wird so schön ey ja einfach nur für alle glitscher super curry aber pass auf dass du nicht aussehen auf der redentaste bleibst ja ja wir töten die gleich was hast du die jetzt noch im inventar oder hast du dir hingelegt komm bisschen her ich war fest nicht dass die gleich irgendwie wegglitscht oder so und an die zuschauer jetzt hier ich weiß manche sagen es braucht voll die miese aktion aber muss nochmal sagen die haben geglitscht um uns zu töten ja und das ist einfach ich weiß nicht und das ist so ein böser plan ne ja aber man muss auch mal zeigen dass man böse pläne gegen böse pläne machen muss aber ich sag mal so wir machen es trotzdem mit fairen mitteln also menschen nur damit ich bescheid weißt du kommst jetzt nicht hier hin sonst sag ich dir bescheid ne doch nein 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 menschen menschen nein 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 du bleibst unsichtbar alter du bist unsere rettung falls irgendwas schief geht das kann eigentlich gar nicht schief gehen wenn wir das schlau machen dann ist das so geil ja das kriegt doch schon hin aber was heißt gleiches und gleichem bekämpfen ich meine wir glitschen nicht so weißt du und wenn die jetzt so dumm sind und uns dann die waffen wiedergeben wenn die ganz genau wissen dass wir das nicht abkönnen dann sind die doch dämlich weißt du aber gut wieviel schuss hat denn dennis ah das reicht doch das reicht doch wofür alter verrate nicht so andeutungen machen ne ich sag ja der meinte ja selbst dass du dich selbst ja für den zombie reicht das wieviel schuss habe ich denn ja stimmt das kann auch für ein spiel erreichen aber ich hoffe ich hoffe du schießt mich jetzt nicht ab ja aber sag doch für die nächste aufnahme und dass du ihr dann euch gleich in ruhe ausloggen könnt oder sonst irgendwas weißt du ja wir looten jetzt halt ein bisschen wir wollten halt ein bisschen action machen und das machen wir halt für die nächste aufnahme die dann ein bisschen länger ist ja stimmt auf dem erfi kann man echt keinen trauen das ist echt äh ja stimmt ey die pure ironie als er das aussprach also wenn er das jetzt nicht gecheckt hat ne ein glitscher und die volle posten ok curry ich seh das ja ich hoffe mal dass die das irgendwann mal wegpacken ein glitscher und ein volle posten dass die das irgendwann mal rauspatchen das ist nämlich echt ehrlich wer ist denn äh wo sind die curry ich bin jetzt gleich am airfield wo seid ihr ich bin am airfield also der dennis kommt jetzt gleich in den tower ja also der sagt gleich bescheid und dann kommt er hier rein also nicht wundern ich knall dir gleich so ab mit der mosin ey du bist nur unser ersatzplan alter major ich weiß du willst auch ich werd euch beobachten aber wir wollen die abknall major du darfst dann nochmal rankommen und dir nen headshot geben aber erst warten so wenn du deine wenn du die waffe hast nicht direkt auf die lucht ne 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 oder dennis wenn ihr schießt schießt ich mit drauf ne wir machen jetzt voll den undercover plan alter so da hinten ist hinten ist das airfield leute voll die genug tun ey so n scheiß glitscher mal weg zu ey wenn das glatt geht dann dann spring ich hier in drei ecken um das wird meine das wird man diese der sie folge ne werde ich immer als wix vorlage benutzen boah sorry schuss major was schuss hab ich gerade gehört auf uns ja beim radio tower hier ich bin jetzt ungefähr so einen halben kilometer entfernt vom airfield 500 meter brauche er noch also er ist gleich da ich seh es schon wir sind eben tower ok ich muss dann weiter außen laufen also curry pass auf kurz der plan kurz der plan kurz der plan wir machen das so dass wir mit denen zur lagerhalle laufen ne das brauchen wir ne ne auf keinen fall da hinkommen ja wo denn sonst hin die lagerhalle ist eigentlich der perfekte weil alle wissen wo die lagerhalle ist ja aber da kriege ich die waffe gleich ja aber dann kannst du dich doch wieder unter der rede prämier ja aber wenn ich erst die waffe ja so ist das leider manchmal du mieser glitscher aber ist ja jetzt noch äh aber hätte ich gedacht dass wir euch jetzt noch hier herstellen so ich seh den tower ich seh den tower curry der curry alter schmier bisschen holium zu hauen mach ruhig leute ich verstehe kein wort ok ihr habt den namen gelesen und dann habt ihr uns nur gejagt weil ihr dachten wir sind faker oder was wir haben doch sogar mit denen gequatscht ah ok ok curry sagen wir mal die sollen mit deckung geben wenn die in den tower kommt boah ich fühl mich so scheiße gerade dabei einfach ne warum denn? boah ich fühl mich so gut ne das glaubt ihr gar nicht ich auch ich auch ja weil die machen das mit fairen mitteln die haben das eigentlich ja nicht mit absicht gemacht die dachten wir wären faker aber sie haben mit absicht die glitches aber der labert doch nur scheiße das ist doch klar sag mal dass ich jetzt komme ich bin jetzt am tower nein also jetzt gleich jede sekunde kann die tür aufgehen mach mal die tür schon mal auf ich krieg die von außen hier auf ich mach die tür schon mal auf ja wo dennis warte hallo nicht schießen jungs ich bin's der dennis nicht schießen dennis komm rein mach die tür wieder zu oh ihr habt mich ausgesperrt Curry hat sich aus also ihr wart meine mörder also hallo dennis hallo ah super danke oh mann für die waffe habe ich so lange habe ich danach gesucht so lange habe ich sie gesucht dennis komm mal her ja legt noch mal die jacke hin dass das nicht wegglitscht hoffentlich kein pallsender das kommt für dich falls du das brauch ah ok das passt glaube ich gar nicht auf die sks oder doch doch ja ok nein dann habe ich meine sachen jetzt groß wieder liegt hier vielleicht irgendwo ein rucksack rum guck mal oben das ding ist aber jungs jetzt mal hand aufs herz versucht bitte ich weiß hier gibt es auch glitscher und so ja aber alter so kannst du nicht spielen weißt du wir hätten ohne witz wenn ihr nicht geglitscht hättet hätten wir das duell sowas von gewonnen weil wir deutlich eine überzahl wir hatten guten plan und so weiter aber ihr habt dann geglitscht und dann hatten wir absolut null chancen ja ja man weiß halt nichts wir haben ja auch mit euch gequatscht wir haben ja auch mit euch gequatscht na aber cool ja kein problem aber cool dass ihr am start seid und ihr könnt uns eigentlich begleiten weil wir sind jetzt nicht so gut ausgerüstet ihr könnt uns so einen kleinen safety schütze geben zur lagerhalle nein noch nicht ja langsam langsam wir könnt ja auch looten hangar und alles nicht dass hier gleich irgendjemand kommt und weg auch noch ne weste cool alter cool alter gibt einfach gas cool ich hab den bräuchst du mir jetzt einen rucksack nach oben liegt auch noch ne rucksack nach oben liegt auch noch ne rucksack nach oben liegt auch noch ne rucksack auch die sachen kenn ich ja hier das bin ich das bin ich ne ich schießen leise was macht ihr denn das ist gar nicht mal so schlecht wir haben jetzt die tür zu gebracht vor prüsten boah Hör auf. Du hast ihn abgeballert. Ich war's nicht. Oben ist einer. Oben ist Buffy. Buffy ist oben. Okay, aufpassen. Curry, warte, warte. Warte, warte, Curry. Dennis, sicher du die Treppe. Nein, hör auf Dennis. Du mal die Treppe, bitte Dennis. Okay, von euch ist oben einer im Prison, ne? Ja. Okay, nicht schießen. Ich komm hoch. Curry, nicht schießen auf den. Warum nicht? Warte. Ich könnte ihn jetzt so abballern, Alter. Kannst du mal hochgehen? Du bist besser equipped. Nein, lass mich nicht noch abschießen. Mach Curry, mach Curry, mach Curry. Geht lieber weg. Warte kurz, warte kurz. Sei lieber sicher. Warte, komm zurück, komm. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht hochgehen, komm hierhin zurück, Alter. Ich erschießen, denn. Dennis, warte. Du Möse-Glitscher, du. So, dann hat man erfunden. Habt ihr ihn? Hammer, Hammer, Hammer. So, guck mal hier, ich hab seinen ganzen Dude jetzt, Alter. Du Ficker, du Glitscher, du Fickarsch, du. Sorry, aber ich musste das mal... Alter, steht der da oben? Sag doch Bescheid, Mann, mein Herz. Ich denk, jetzt ist alles vorbei, der ganze Plan. Alter, die sind solche Wichser. Hab ich mich erschrocken, Alter. Hab ich mich erschrocken. Schöne... Boah. Dennis, wer hat denn die AKM genommen, Dennis? Ich nicht. Ach nee, die hab ich grad genommen. Ich hab den Mosen genommen. Ey, das war mega geil, mal ehrlich. Vor allem, Alter. Das war so mies, aber ist mir grad sowas von egal. Wo kam denn Bufanda her? Ich war... Wer ist die Frau jetzt hier, die hier oben war? Das ist Bufanda. Bufanda, du bist verrückt, Alter. Was ist los mit dir? Du sagst die ganze Zeit... Ich hab dich so erschrocken. Wir machen mit dem Meldscher voll den Plan und alles und der steht einfach oben. Weißt du? Der bombt erstmal den Plan. Alter, Mut. Boah, wir sind so böse. So, jetzt erstmal ja die Cornflakes-Essen, die er mitgegeben hat. Aber ganz ehrlich, das war eigentlich nur gerecht jetzt. Ja, das hat nichts mit Bufanda gemacht. Also, wenn ihr beiden dieses Video guckt, ja, es tut uns leid, aber... Wer ist das denn hier? Ich, ich, ich. Oh, Alter. Wir sind jetzt quid. Ja, wir sind jetzt quid. Wir sind jetzt quid, also weil ihr geglitcht habt. Das waren wir jetzt. Das war jetzt, das war jetzt eine blöde Aktion von uns. Aber es war auch eine blöde Aktion von euch. Auch wenn das andere machen muss, müsst ihr das nicht unbedingt auch machen. Wir machen das ja auch nicht. Boah, weißt du? Jetzt möchte man gerne sein Face grad sehen, wie er so vorm PC sitzt und denkt, scheiße, Alter. Ey, wollt ihr noch... Man vertraut keinem bei Daisy. Vor allem nicht am Airfield. Die werden hier hinlaufen. Lass auf die warten, Mann. Sagt er so... Boah, das ist jetzt so... Das ist jetzt so... Boah, ich fühl mich richtig scheiße eigentlich, Alter. Ich fühl mich grad richtig so mies, ne. Das ist so... Ich will einfach nur duschen gehen, mich jetzt von dem Backbyschm... Oh, Dennis, Seife. Das wir uns jetzt auf das Niveau herunter... Vor allem am Schluss, ne. Am Schluss wurde alles so nervös und so. Und er stand da und hat mich so angeguckt. In seinen Augen... In seinen Augen... In seinen Augen hab ich noch Wasser so gesehen. Ich hab... Boah, der wird jetzt jeden Moment weinen. Man merkt ja genau, der Dennis wollte unbedingt... Der wollte unbedingt den Abballern, weißt du? Und dann... Alter... Sorry, Mann, ey. Ich weiß, an Leute, die mich jetzt total hassen wegen diesen krassen Plan, aber wir mussten einfach. Wir mussten einfach mal den kompletten Frust rauslassen. Wir mussten einfach den Glitcher mal zeigen, wo die Eier liegen. Und grad allein diese Lachweise. Ich hab mir... Im Tower hab ich mir noch überlegt, okay, die Jungs sind nett. Gib's dir denen doch noch ne Chance. Aber dann, als er so scheppig gelacht hat und über diese Glitch-Dinger gelacht hat und sich gefreut hat, war für mich wie so ein Schalter in meinem Kopf, weißt du? Mein Schalter hat gesagt, du musst... Ja, einfach so klicken. Und daran siehst du sofort, dass der Sie ein Experiment ist für Menschen. Du kannst daran testen, wie ein Mensch wirklich abgeht. Und man hat einfach gesehen, dass dieses Spiel einen so beeinflusst. Ja, und das macht der Sie so richtig krass aus. Und ich werd die Folge jetzt so lange nicht beenden. Ich geb denen jetzt... Ich rechne 10, 15 Minuten. Läuft die Folge jetzt noch? Weil ich mir unbedingt angucken will, ob diese Schweinehunde wiederkommen. Und wir machen das jetzt so. Komm. Wir werden die Prison-Türen auflassen und verziehen uns nach oben. Weil wenn die Türen auf sind, dann denken die nicht, dass wir hier drin sind. Weil die wissen, dass wir hier drin sind. Moment, ich guck als Sniper... Ich hab so wenig Muni, Alter. Äh, ich guck da rein, ob da einer reinläuft. Ich bin ja jetzt mit der Mosin bewaffnet, ne? Ja, aber wir müssen die Tür eigentlich auflassen. Ja, könnt ihr machen. Curry, was hast du denn jetzt alles für Scheiße, Mann? Guck mal, was hier alles liegt. Aber was willst du da machen bekommen? Ja, ich hab jetzt ne SKS ohne Muni und ne AKM. Willst du dir nochmal abschießen, oder was willst du machen? Ja, klar. Frag ich mich grad auch. Bei mir kann die Folge nicht so lang werden. Nein, ich schieße mich nochmal ab. Der Punkt, die Folge zu beenden, oder? Ja. Wollte grad sagen. Wir haben es beim letzten Mal schon gelernt. Wir ziehen jetzt Richtung Lagerhalle und haben die Mission hier beendet. Ja, aber auch vorsichtig. Was ein krasses Finale hier. Wir wollen da erfolgreich. Aber guck mal, Dennis. Du sagst ja das gleiche Niveau, aber das ist völliger Schwachsinn, weißt du? Weil wir haben mit Überredungskunst einfach... Ja, ja, klar. Wir haben die einfach reingelegt. Wir haben die einfach... Und das ist legitim. Das ist was anderes. Das ist pure Rhetorik. Mehr ist das nicht. So, was sagen die Leute denn in die Kommentare, Bob? Boah, ich glaub, die finden das gut. An alle, kurz an alle, die uns jetzt ein bisschen in die Mangel finden. Bitte versteht unsere Sicht. Wir wurden jetzt so oft... Sag mal ruhig. Was macht ihr da? Mach noch mal, komm, mach noch mal. Raste Ausbau. Ruhig, 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 ruhig. Komm, hau raus! Ihr kriegt alle was ab! Die Banane von hinten rein. Nein, der ist aber mal ganz kurz... Ach, das Schlusswort mache ich dann den Dings. Okay, wir ziehen jetzt mal hier von Donald Alper an. Komm, ich glaub, wir laufen jetzt einfach mal. Ich nehm das PSU-Scout noch mal. Ach, warten wir nicht auf Sie? Nee, nee, komm, komm. Nee, das bringt ja nichts. Weg hier, komm. Aber Hammerfinale mal wieder. Ja, jetzt erst mal hier wegkommen, ne? Ich fühl mich auf eine Art... Schüsse, schüsse! Was mach ich? Vielleicht lernen Sie ja mal daraus. Das war jetzt das erste Mal, wo wir uns so richtig geil mit so einem fetten Plan... Also wir dachten schon, es wäre alles vorbei, als wir alle tot waren. Und dann hab ich mich da... Dann konnte ich irgendwie... Da waren die voll nett auf einmal. Und dann kriegt der Dennis da so einen geilen Einfall, weißt du? Heftige Aktion hier bei des. Boah, was ein Psychospielers gewesen ist. Scheiße. Ich muss mir unbedingt angucken, wie er die abgeknallt hat gerade. Einfach nur... Wie, wie, wie... Einfach nur gesprayt, alter. Alter, sein Schöpper. Ich bin an der Lagerhalle, ne? Nicht erschrecken. Ja, wir kommen da jetzt auch hin. Wir sind jetzt auch schon vom Airfield weg. Das ist... Das sieht gut aus, Leute. Alter, mega. Hier spawnt aber gleich einer. Und also nicht erschrecken. Alter, Bufano, bist du verrückt? Wieso sagst du die ganze Zeit nichts? Echt? Da oben, weißt du? Boah, der hat so den... Alter, der hat so den Plan kaputt gemacht, ne? Wer ist das denn hier? Das gehört zu mir. Der hat die Waffe gegeben. Hallo. Nimm die Waffe. Alter Schwede, ey. Vor allen Dingen, dass das auch nochmal geklappt hat, ne? Fertig. So ne... 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 Ich fühl mich eigentlich auch nicht schlecht. Ein bisschen mies war die Reaktion schon, aber wir... Wir haben ja davor das genau dasselbe erlebt. Also nicht dasselbe, sondern... Bei uns war es eigentlich noch schlimmer, weil wir... Weil wir eigentlich keine Chance hatten. Ja, ich hab euch das gesagt. Das hat nichts mit Schlechtfühlen zu tun. Wie gesagt. Rhetorik, ne? Das ist erlaubt. So, alle mal hier in die Ecke, Leute. Kommt mal mit. Ja. Ich mein, wer glaubt denn auch... Die haben uns gerade abgeschossen. Wer glaubt denn, dass wir jetzt auf einmal da hingehen und sagen... Hey, ja, cool, ey. Danke, dass ihr uns abgeschossen habt, ihr Glitcher. Also ich mein, so naiv. Ich mein, die Leute kennen euch doch. Oder nicht? Ja. So und jetzt hier das Schlusswort. Also es war ne richtig... Alter. Wer ist das hier? Wer ist das mit dem Schwarzen hier? Ich. Der Glitcher, komm mal her. Ich brech dir gleich die Beine. Alter. Er holt aus mit seinem Schraubenschlüssel. Kommt, zum Abschluss machen wir noch ne Challenge. Hört mal kurz auf. Hört mal kurz auf. Hört mal kurz auf. Alter. Was ist der Glitcher? Mit dem Schraubenschlüssel, Mann. Mit der Ranch. Was ist los mit dir, Bronze? Der Glitcher, dass du weißt wofür, ne? Was ist los mit euch? Ich komm gleich wieder, dann bist du tot, Mann. Was machst du? Dennis, Dennis. Nicht flachten. Major, es war mir ne Ehre. Nein. Oh. Oh. Scheiße, Alter. Alter, man hat das richtig gehört. So, oh. Ich bin doch gar nicht tot. Mach nochmal. Mach nochmal, Dennis. Nee, Dennis. Es war mir ne Ehre. Mach's nicht. Mach's nicht. Sehst du immer noch? Ja, Mann. Das bist du von harter Brocken, Mann. Ich erschieß den jetzt. Ja, den kriegst du nicht klein. Das ist der Major, Mann. Alter, Dennis. Nein, Dennis, mach's nicht. Alter, Dennis, hör auf. Er gibt ihm Bloodbag. Das ist nicht zu. Das ist nicht zu. Nee, Major, ich kann's auch nicht. Da ist der Major wieder. Ich bin tot, danke. Nimm mal hier mal die Spielzeuge mit. Nein, ich hab den Major jetzt nur mit Spaß getötet. Der weiß natürlich, der Major, dass ich den niemals umgehen würde. Natürlich. Aber der Major wollte im Faustduell und das kann ich natürlich jemanden... Jetzt fängt der nächste an, ja. Hör auf. Alter, jetzt mach keinen Scheiß, Leute. Wir sind gut hier draußen gekommen. Okay, okay, ist gut, ist gut. Komm, einmal darf ich dich auch hitten. Komm. Ich mach das, Bennis. Ich breche die Weine. Nein, ich darf den einmal hitten hier. Komm. Ja, ja. Warsch am Arsch. Wenn du meinen Hintern triffst, dann ist... So. Hör auf. Jetzt sind wir quitt, Alter. Jetzt sind wir quitt. Hey, guck mal, woraus er blutet. Alter, du blutest aus dem P. Was ist los bei dir? Wie? Hast du irgendwie Störungen oder so? Oh. Guck dir das mal an hier. Ey, ohne Scheiß, der pisst Blut gerade hier. Guck mal. Guck dir das mal an, Curry. Voll die Fontäne. So, ja. Auf jeden Fall nochmal das Abschlusswort, um jetzt mal ein bisschen ernster zu werden. Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Der Major war ein super Sniper und auch ein super Kamerad, den Slider erwischt hat. Und der hatte ja Probleme mit der Z. Deswegen ist das ein bisschen gescheiter. Die Jungs wollten uns eigentlich nicht töten, haben geglitscht. Deswegen mussten wir einen kleinen Plan aushenken, wie wir mal für alle Glitscher dieser Welt zeigen können, dass wir wirklich... Ich glaube, das Problem ist jetzt, was ich jetzt glaube, dass jetzt uns niemand mehr vertraut in DayZ. Ja? Ja, ja. Wieso? Wieso? Ja, was heißt vertrauen? Wir sind eigentlich Friends. Genau, wenn ihr, liebe Zuschauer, mal irgendwann in DayZ auf uns trefft und ihr spielt mit fairen Mitteln und tötet uns auch fair, oder... Dann ist alles okay. Oder nehmt uns fair fest oder sowas. Dann machen wir nichts. Dann verstehen wir das, ja? Also, eigentlich töten wir Scheiß, aber trotzdem, dann verstehen wir das. Aber ich möchte mit diesem... Warte, warte kurz. Ich möchte mit dieser Folge einfach mal die Botschaft geben, die wirklich komplett über diese DayZ-Folge liegt. Reden ist sehr wichtig in diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Nicht immer sofort die Waffe rauspacken und Leute umbringen. Versucht einfach mal, wirklich friendly miteinander zu sein. Das ist jetzt... Gebt das einfach mal an all euren Freunden weiter. Vielleicht können wir mal so ein friendly Day in DayZ, äh... Dass man vielleicht Screenshot postet, wie einfach ein paar Spieler zusammenstehen und sich einfach unterhalten. Und wenn ihr solche Bilder macht, postet die einfach bei uns an den PIN-Wänden oder so. Einfach nur, um zu zeigen, dass man... Reden krass gepredigt war, von heftigen Schusswechseln bis zu Missverständnissen, bis zu einem riesen krassen Racheplan, der tatsächlich aufgegangen ist. Der hat mich und Curry total ausgestattet wieder. Wir haben super Waffen, super Equipment. Es tut mir unfassbar leid an die beiden Jungs, die da gestorben sind, weil die meinten, es ist eigentlich nicht böse. Die haben uns tatsächlich einfach nur... Die waren ja nicht böse, die waren ja nett. Also wenn du diese Folge siehst, also wenn ihr die Folge seht, nehmt uns... Also versteht uns. Ihr werdet wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon wieder voll Equipment sein und alles. Aber versteht uns. Und versteht unsere Sichtweise. Und natürlich großen Respekt an Major. An Leno, der auch natürlich noch dabei war und weg ist. Die nächste DayZ-Special-Folge, wenn ihr wollt, gibt es dann nächste Woche. Ihr könnt mal eure Vorschläge in die Kommentare posten, was wir denn... Welche Operationen wir machen sollen. Nennt das einfach... Genau. Nennt das irgendwie DayZ-Operation oder DayZ-Challenge oder sowas. Und schreibt es in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat und ihr euch noch so eine Operation wünscht. Also Operation mit den ganzen Jungs hier. Dann macht einfach mal einen Daumen hoch bei dem Video. Und je nachdem, was wir vorhaben, wird die Truppe auch größer. Wir werden dann natürlich noch mehr Sniper dazuholen und so weiter. Das habt ihr ja gesehen. Und gegebenenfalls werden wir auch mal ein Ausbildungscamp starten, dass wir mal einen von euch mit zu unserer Bande holen. Und wie findet ihr diese Idee denn? Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Müsst ihr so eine kleine Karrierelaufbahn beim Major oder so durchlaufen. Und dann kommt ihr am Schluss bei unserer Truppe. Das wäre doch echt heftig, oder? So ein kleines Programm. Ja, ich rede viel zu viel, aber ich bin wirklich gerade voller Adrenalin, weil diese Folge einfach nur unfassbar krass war. Allein der Schluss, ey. Steht der einfach da oben und bollert den weg. Weißt du, ich sehe nur wie ein Umfeld wird. Ich war voll, diese Momente, Alter. Ich dachte erst, das wäre ein Gegner, aber auf einmal haut der raus. Also Highlight ist Bufan, Bufan das Kill auf jeden Fall. Ja, schreibt auch noch in die Kommentare, super Bufan. Und bitte mal wirklich einen kleinen Absatz schreiben, wie ihr entschieden hättet, ob ihr gesagt hättet, okay, Schwamm drüber, oder ob ihr die auch abgeknallt hättet, weil das Glitcher waren. Schreibt es in die Kommentare und bitte sachlich. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Also, nochmal zusammengefasst, DayZ-Challenge, beziehungsweise DayZ-Operation in die Kommentare schreiben. Wenn euch die Folge gefallen hat, einen Daumen hoch beim Curry, beim Lando, beim Bufan, wenn er aufgenommen hat, beim Major. Der hat ja leider nicht aufgenommen. Aber ich glaube, der Bronzemier hat auch aufgenommen. Ja, genau. Die haben unter diesem Video hier kommentiert. Und dann gibt es die nächste Special-Folge, nächsten Montag. Ansonsten gibt es, wie immer, einfach die Standard-Let's-Play-Folge mit dem guten Serraza, Benni, Tommy und natürlich im Curry. Ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen, vielen, vielen Dank. Und wirklich, das meine ich vom Herzen, dass ihr immer dabei seid. Und ich wünsche euch noch was. Danke. Und die Friedensfolgen und Bilder bitte an die Pinnwende posten. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017